Guten Morgen Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Möbelkutsche. Ich begrüße euch recht herzlich von der Fähre von Travemünde nach Malmö. Und ja, wir sind in Malmö und fahren gleich von der Fähre runter. Und dann haben wir richtig viel zu fahren. Keine Ahnung, 10 Minuten maximal bis zum ersten Kunden. Auch wenn Navigante jetzt der Meinung ist, das wären nur 300 Kilometer, aber die glaubt halt noch, dass wir in Travemünde stehen. Herrlich. So, der erste Kunde bekommt auch gleich irgendwie 7 Kubikmeter. Die werde ich gleich mal aussortieren und dann melde ich mich zurück, wenn es hier weitergeht. Also bis gleich. Ach Leute, so, ihr seht es ja schon, da ist ein bisschen Bewegung auf dem Schiff. Jetzt wird von der Mitte aus erstmal runtergefahren, bevor wir dann dran sind. Hier die linke Seite ist so oder so, die ziemlich als letztes läuft. Das ist aber auch gar kein Problem. Ihr seht es ja, da ist schon einiges in Bewegung. Und ist auch ganz gut so. Und auf dieser Fähre steht auf jeden Fall fest, erst fahren, wenn der Lademeister sagt, dass du fahren sollst. Weil ich habe hier ja schon ganz böse Erfahrungen gemacht. Jetzt habe ich mal schnell den Spiegel angeklappt, weil hier der Kollege sehr, sehr dicht am hier vorbeifährt. Jetzt ziehe ich mal langsam an, dass der nächste, der von rechts kommt, nicht noch versucht, an mir vorbeizukommen. Da kommt auch noch reichlich. Der bleibt stehen mit seinem roten Scania. Jetzt lassen wir erstmal den Giga-Liner durch und fahren jetzt los. So, jetzt kommt erstmal das Sonnenlicht auf uns eingeprasselt hier. Sehr schön. Schönes Wetter haben wir. Wie gesagt, bis zum ersten Kunde ist es wirklich nicht lang. Und ich denke mal, das Navi wird auch gleich kapieren, dass wir nicht mehr in Travemünde sind. So, jetzt hat es das kapiert. Jo, sechseinhalb Kilometer. Kriegen wir das hin? Ah, ich denke ja. Dann haben wir gleich wegen Kunden mit einer 5 Kubik Küche und einer 1,8er. Und der zweite Kunde bekommt auch eine 5 Kubik Küche und zwei Kundendienste. Also dann doch relativ entspannt für heute. Dann fahren wir noch Richtung Helsingborg. Weil es gar nicht so weit weg ist und machen dann kurz vor Helsingborg Feierabend. Und weil es da morgen früh erst weiter geht. War schon länger nicht mehr hier gewesen, ne? Aber so lange ist es, glaube ich, auch noch gar nicht her. Ich komme ja auch nur nach Schweden, wenn es hier quasi entweder zu viel zu tun ist oder aber, wie in diesem Fall, dass einer der Fahrer, die hier hauptsächlich unterwegs sind, im Urlaub ist. In diesem Fall unser Dennis. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, ne? An dieser Stelle. Ja, ich bin gestern auf die Fähre drauf. Ich habe nicht mehr das Drauffahren gefilmt und so. Es ist Asche auf mein Haupt. Aber ich war so K.O. Ich bin auch direkt von dem LKW auf die Kabine und habe mich ins Bett geliecht. Also das passiert mir selten. Aber das war wirklich nötig. Ich war richtig hundemüde. Und habe dann mal akkurat, ja, acht Stunden geschlafen. Das hat gut getan. Jetzt fahren wir raus hier aus dem Hafen, ne? Erstmal raus aus dem Fährhafen. Um dann rüber zu fahren auf die andere Seite, nach da drüben. Auf die andere Seite vom Hafenbecken. Ja, willkommen im Land der Giga-Liner. Oder wie wir in Deutschland gerne sagen, Lange LKW. Sorry. Aber ich hätte nochmal acht Stunden schlafen können. Also viel zumindest. Temperaturen. 23 Grad. Aber das ist nicht die Außentemperatur. Denn wir haben auf der Fähre gestanden, da war es deutlich wärmer. Und das Thermometer braucht halt auch eine Weile, um sich darauf wieder einzuspielen. Jetzt fahren wir noch einmal hier durch. Und jetzt raus. Oh, der Hafen ist auch recht leer, ne? Normalerweise ist das Ding immer voller. Unser erster Kunde ist übrigens ein Spediteur. Und unser zweiter Kunde ist ein XXXL Lutz. Und zwar der einzige in Schweden. Ja, es gibt genau ein XXXL Lutz in Schweden im Land von Ikea und dem billigen Selbstzusammenbauzeug. Okidoki. bin immer gespannt ob wir es nachher schaffen auf dem faulenzer hügel noch ein plätzchen zu kriegen das ist ein rasthof direkt auf einem hügel und der wird im fachkreis auch gerne faulenzer hügel genannt weil wer von der fähre kommt und sich da hinstellt zum pennen der hat nicht mit nicht so ganz so viel getan so wie wir zwei küchen drei küchen abladen dahin stellen ist kurzer tag das ist jetzt zwölf uhr und ja ich denke mal dass wir gegen drei wieder feierabend haben spätestens also mehr als drei vier stunden arbeit wird das heute nicht sein ist aber nicht schlimm jetzt fahren wir vorne gleich rechts sind auf 4,8 kilometer ich nehme die euch einfach komplett mit na wir wollen euch ja immer so beziehungsweise ich möchte euch ja immer so nah wie möglich an der materie haben auch auf die gefahr hin dass die videos dadurch halt lang sind aber naja ja der herbst ist noch nicht ganz hier in schweden angekommen die ersten bäume werden schon kriegen schon so ein bisschen farbe es dauert nicht mehr lange dann ist ja alles rot und gelb so wir müssen jetzt hier nach rechts weg und in 1,4 wieder rechts immer schön aufpassen weil wir haben hier überall diese ruckel und nicht wundern im gegensatz zu deutschland steht das straßenschild für die jeweiligen kreuzungen so wie das spiegeleier schild zum beispiel jetzt immer am ende des kreuzungsbereiches na wir sind auf der vorfahrtstraße und das schild steht immer quasi am ende der kreuzung naja aber auch hafenbecken wie gesagt wir müssen halt auf die andere seite davon können wir das schaffen ja wir schaffen das genau schweden geschwindigkeiten immer im blick behalten nie viel zu schnell fahren auf keinen fall sehr teuer genau ansonsten ist schweden eigentlich so ein land was für lkw fahrer sehr angenehm zu fahren ist da die straßen meist recht breit sind auch die industriegebiete da wo wir jetzt hinfahren da fahre ich zum ersten mal hin denn der kunde ist noch nicht lange da malmö waren wir schon einige male gemeinsam auch jetzt schon lange her ist jetzt ist grün da hinten übrigens könnte das höchste gebäude skandinavien sehen dieses weiße verdrehte gebäude ist das höchste gebäude skandinaviens fragt mich jetzt bitte nicht wie hoch und wie es heißt für mich sieht es immer aus wie so ein korkenzieher so ja wie so Da biegen wir mal rechts ab. Ja, jetzt hat er die Fahrradfahrerin erkannt, ist doch richtig so. Trotzdem schön vorsichtig anfahren, nicht dass noch irgendwo ein Fahrradfahrer oder so meint. Er könnte nochmal schnell vorbei huschen. Jetzt haben wir hier nochmal gleich grün. 500 Metern links, da seht ihr ja Hafenbecken. So, nicht hier, sondern die nächste, nächste links, da wo der weiße Bulli gerade rauskommt. Ein Fahrradfahrer, den muss man im Sinn behalten, denn da kommt jetzt ein LKW, den müssen wir vorbeilassen. Das heißt, der Fahrradfahrer könnte dann eventuell im Kreuzungsbereich schon sein, wenn wir abbiegen. Rechts frei, Unterblick, Fahrrad ist noch weit weg, also können wir ganz genüsslich abbiegen. Auf der Fähre, der Kaffee, der ist so schlecht. Der hängt erstmal so brennen, so bitter. Ja. 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 Es muss irgendwo hier in dem Gebäude drin sein. Muvator. Port 4. Eins, zwei, drei. Also muss Port 4 auf der Kopfseite sein. Da steht nochmal ein Schild Muvator und das hier wird wohl Port 4 sein. Das heißt ich stelle mich gleich so passend hin, dass ich Türen aufmachen kann und mich dann direkt anmelden und dann schauen wir mal, dass wir hier abladen dürfen. Also wie ihr auch sehen könnt, dank der Geschichte, dass hier so viele Gigaliner fahren, ist Platz in Schweden selten ein Problem. Anders als in Großbritannien. So intervention. So animation. So animation. So animation. Mal ein bisschen Kinnig rausziehen. Wenn man gar keine Linien auf dem Boden hat, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, wirklich gerade vor eine Rampe zu kommen. Aber naja, wir müssen jetzt oder so erstmal Türen aufmachen gehen und anmelden. Also sage ich mal, bis gleich Leute! So Leute, Kunde Nummer 1 ist abgearbeitet und das ist gut so. Jetzt fahren wir zu Kunde Nummer 2. Da geht dann halt auch noch mal eine kleine Küche und ein bisschen Kleinkram runter. Ach ja! Feinstes Wetter, ne? Ich bin mal gespannt, wie viel Grad wir gerade haben. Ja Leute, 23 Grad. Es geht also durchaus schlimmer. Ja. So, wir machen jetzt Flug-Soria und fahren mal schnell rüber zu XXL Lutz. Das sind 9,2 Kilometer. Zur Hilfe hat es hier keine gegeben. Hat mich auch fast nicht gewundert. Hat mich wirklich fast nicht gewundert. So sind sie halt. Es gibt solche Kunden, es gibt solche Kunden. Manche packen mit an und manche nicht. Oh je, die Weiden. Es ist sehr windig draußen. Das macht das Ganze auch sehr angenehm. Aber mit 23 Grad trotzdem ziemlich warm. Und 23 Grad hier direkt an der Ostsee. Das hat man nicht ganz so häufig. In Kombination mit Wolkendecke und viel Wind. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die ist ein bisschen drückend. Wenn man nicht gerade im Wind steht. Tja. Okidoki. Ja, so sehen halt typische schwedische Industriegebiete aus. Richtig cool an sich. Und wir kommen um 14 Uhr da an. Beim nächsten Kunden. Ja, die Klimaanlage gerade noch ein bisschen am wirbeln, weil es hier ziemlich aufgeheizt war, als ich reingekommen bin. Jetzt habe ich sie wieder auf 18 Grad eingestellt. Denn mehr als 5, 6 Grad Unterschied zwischen Außentemperatur und Klima sollte man eigentlich nicht haben. Kriege ich aber selten hin. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn draußen 34 Grad sind, dann stelle ich hier drinnen die Heizung auf 30. Schon klar, oder? So, ich fahre jetzt mal die linke Spur. Wir haben zwei Linksharpiger Spuren. Aber ich nehme die linke, weil wir direkt wieder links fahren. Jetzt haben wir gerade Papiere vom Bett runtergestupst. So, da vorne seht ihr die Ampel. Das ist immer das Gute. Also man muss jetzt nicht hier nach rechts drüber gucken oder nach links. Sondern ihr könnt einfach gegenüber auf die Seite gucken, da habt ihr meistens noch eine Ampel stehen in Schweden. Ja, das kriegst du aber eben hier mit deinem Bus. Ich stehe extra noch ein bisschen weiter weg von der Linie. So, und jetzt seht ihr, dass die Wahl ganz richtig war, nach links rüber zu gehen auf die linke Spur. Da wir jetzt auch wieder die linke Spur brauchen. Tja, Thema Elektroautos in Schweden und Norwegen ganz präsentes Thema. Viel präsenter als in Deutschland. Da ein Elektroauto, hier ein Elektroauto. Das da ist ein Hybrid. Also wie gesagt Elektroautos sieht man hier ohne Ende. In Norwegen noch viel krasser als in Schweden. Aber das liegt auch daran, und das möchte ich auch mal ganz klar festhalten, dass in Norwegen Elektroautos auch stark subventioniert werden. Während ihr auf dem Auto mit Verbrennungsmotor Steuern bezahlt, bezahlt ihr auf dem Elektroauto. Ich glaube das müsste aktuell immer noch so sein, gar keine Steuern beim Kauf. So, und in Schweden und Norwegen ist das Kaufen von Luxusgütern extrem besteuert. Ich weiß nicht wie man das genau nennt, ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das Luxussteuer hieß. Thorsten, du guckst ja bestimmt gerade mit und kannst uns da auch mal ein bisschen in den Kommentaren zu aufklären. Guck mal hier, da stehen auch wieder drei Mach-E Mustangs. Ich will jetzt aber keine Diskussion anfeuern hier nach dem Motto, E-Autos sind scheiße und E-Autos sind geil. Das möchte bitte jeder für sich selber entscheiden. Ich habe meine Meinung dazu und ich finde E-Autos prinzipiell sehr interessant. Aus technischen Aspekten vor allen Dingen. Weniger aus ökologischen, aber aus technischen Aspekten finde ich Elektroautos mega spannend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn viele jetzt sagen, wie können sie denn sowas sagen, auf meinen ersten Elektro-Lkw bin ich schon sehr gespannt. Weil die Kraftentfaltung bei einem E-Motor was ganz anderes ist als bei einem Diesel oder bei einem Benziner. Und ich glaube, dass sollte das soweit kommen, dass das irgendwann mal, ja, branchenübergreifend üblich wird, auch E-Lkws einzusetzen, dann wird das sehr, sehr spannend. Natürlich Infrastruktur und so, wir müssen da nicht drüber diskutieren. Wir sprechen hier von Zukunft Musik par excellence. Denn bevor in Deutschland E-Lkws auf unterschiedlichen Strecken rollen können und nicht immer nur auf einer und derselben, da muss erstmal Ladeinfrastruktur geschaffen werden und die ist für Lkws noch überhaupt nicht vorhanden. Da gibt es ganz, ganz wenige in Deutschland, die ich schon gesehen habe. Auch hier in Skandinavien gibt es noch nicht wirklich viele Elektro-Tankstellen für oder Parkplätze, sagen wir mal Elektro-Parkplätze für Lkws. Denn genau das ist es, was ein Elektro-Lkw braucht. Der braucht einen Parkplatz, da übrigens Porsche Elektro. Der braucht einen Parkplatz, auf dem man nachts stehen oder tagsüber seine neun oder elf Stunden Pause machen kann und in diesen neun bis elf Stunden seine Ladung kriegt. Das bedeutet allerdings auch, dass so ein Elektro-Lkw in der Lade sein muss. Ich sag mal ganz locker 800 Kilometer, egal bei welcher Topographie, zu leisten. Auch unter Volllast. Um dann mit diesen neun bis elf Stunden Ladezeit hinzukommen. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool, wenn das dann irgendwann mal klappt. Aber ich wiederhole nochmal. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Und bitte nagelten mich nicht auf meine eigenen Worte fest. So nach dem Motto würde es so nie kommen. Die Farbe finde ich übrigens sehr interessant hier von Tesla. Das war ein Model Y. Und ich finde halt, das ist auf jeden Fall ein Thema, über das man sich Gedanken machen kann und unterhalten darf. Und damit meine ich wirklich hauptsächlich den technischen Aspekt. Den Umgang damit und die Kraftentfaltung, das alles. Kommt mir jetzt bitte nicht mit Akkus sind so viel schädlicher und so. Das ist eine Diskussion, die will ich nicht aufmachen. Okay? Das müssen wir auch nicht, weil wir müssen uns nicht gegenseitig nachher die Haare ausraufen, wegen Eier, die noch nicht gelegt sind. So, jetzt sind wir noch 5,2 Kilometer. Ich fahre da mal schnell hin und mache euch dann gleich wieder an, wenn wir vor Ort sind. Ja, bis gleich. So, jetzt sind wir noch mal ein paar Mal. So, jetzt kommen wir mal wieder auf, wenn wir da mal in der Zeit kommen. Und dann kommt in der Banke aber. Jetzt geht noch mal. So, jetzt haben wir noch nicht mehr. So, jetzt kommt dann mal zum Beispiel. So, jetzt kommt das ... ... ist auch keiner hat der bus mich jetzt erst mal voll geschnitten das ist nicht seine spur auf der hätte abkommen müssen aber egal police control aber ich glaube wir sind nicht ganz die zielgruppe denn da stehen ein bisschen schnellere autos, so wie die safari aber hier sind auch motorräder unterwegs und das bedeutet die fangen sich die woanders, hier wird nur kontrolliert wir haben es jetzt gleich geschafft, wir sind jetzt gleich hier bei Lutz also ich fahre definitiv nicht mal gelb, wenn ich weiß, dass da hinten die polizei steht schon klar, oder? was gibt es eigentlich zu Malmö zu sagen? Malmö ist eine Großstadt für schwedische Verhältnisse Malmö ist aber auch eine Stadt mit sehr vielen Problemen eine Stadt mit sehr geringem schwedenanteil und es gibt halt sehr sehr viele migranten die hier leben, was an sich überhaupt nichts schlimmes ist was aber dann schlimm wird, wenn es zu so einer art gerdubbelnung kommt ja, ich sage das einfach so so, die Jungs meint jetzt einfach mal bei Rot zu laufen und was soll ich dann machen, soll ich es überfahren, weil sie nicht hätten laufen dürfen und der Vollidiot hinter mir in seinem Audi natürlich SUV, der fängt an zu hupen richtig toll, das ist richtig mir was bewiesen hat er mir richtig was gezeigt, weil er mich angehubt hat also wir kommen jetzt zum einzigen XXXL Lutz, von dem ich in Schweden weiß und ich glaube es ist auch wirklich der einzige hier in Malmö ein ganz ganz typischer XXL, also XXXL Lutz, oder ich sage einfach Lutz, so wie man ihn kennt überall bei uns in Mitteleuropa, kennt man diese Läden so Riesenparkplätze, der große rote Stuhl ein riesen Einrichtungshaushalt, wo man alles kriegen kann genau wie bei Ikea auch, kriegst du hier vom Teelicht bis zur Einbauküche, einfach alles aber, und das ist halt leider so, schaut euch mal an, wie traurig das hier ist hier ist fast nichts los da stehen nur ganz wenige PKWs und das ist eigentlich schon fast traurig ich mag nicht bewerten, ob dieser Laden hier übelst viel Gewinn abwirft oder so vielleicht ist das auch einfach nur so ein Image Ding, dass man unbedingt einen in Schweden haben will weil Ikea auch so krass auf den österreichischen Markt aufgedrängt hat denn Lutz, das werden die meisten von euch wissen, ist ein Unternehmen, eine Handelsgesellschaft aus Österreich jetzt muss ich mal gucken, welche Rampe ich muss aber ich glaube, es war die da vorne oder war es die hier, ich fahre einfach mal in die zwei und wenn es nachher falsch ist, dann ist das halt so, dann kann ich immer noch umparken dann, na Untertitelung. BR 2018 Okay, ich suche Papiere raus, gehe mich anmelden, dann werde ich an die Rampe ranfahren. Ich vermute, dass ich richtig stehe und dann schauen wir mal weiter. Alles klar, bis gleich. So Leute, wir sagen jetzt Bye Bye Lutz. Unser Tagwerk ist getan. 15 Uhr, Feierabendstimmung. Jetzt sind 64 Kilometer bis zum nächsten. Da könnten wir gegen 4 Uhr sein, also 4 Uhr nachmittags. Wir werden irgendwo unterwegs Pause machen und dann morgen früh um 7 Uhr anfangen. Sehr unspektakulärer Montag, ich weiß. Aber auch das gehört dazu. Und vor Herzen. Ja, wie gesagt, 64 Kilometer. Jetzt muss ich erstmal rüber auf die E6. Das ist die Autobahn, die wir dann hochfahren werden. Das machen wir ganz einfach mal schnell. Und ich melde mich dann von der E6 wieder. Okay? Ich glaube, das ist das Beste. Genau. Dann mal bis gleich, Leute. Leute, jetzt habe ich euch ja glatt vernachlässigt. Feierabend. Ich stehe auf dem Faulinzerhügel und das aber auch jetzt schon seit 5 Stunden. Also Asche auf mein Haupt. Ich habe jetzt gerade den Rechner ausgemacht und werde den jetzt mal zuklappen. Und mal gucken, was ich dann noch mache. Also nicht mehr viel wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe das einfach mal gebraucht. Wir haben ein paar Stunden einfach mal nur Welt zu. Alles wird gut. So nach dem Motto. Tja, ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Morgen früh um 7 Uhr geht es weiter. Und dann seid ihr natürlich wieder direkt mit am Start. Also Rinn gehauen. Und dann versucht gerade noch einer neben mich einzurangieren. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich stehe relativ weit weg von der Linie. Aber der Kollege, der steht ein bisschen drüber über die Linie. Und wenn er nicht weit genug ausholt, dann wird das nichts. Jetzt haut er ab. Hat nur einen Versuch gemacht. Hat gesehen, nee, nee, nee. Und dann ist er wieder gefahren. Jo, so. Bis später. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt faktisch unterwegs zum ersten von fünf Kunden des Tages, dieses Tages. Dafür muss ich erst mal rückwärts ausparken. Auf nach Helsingborg. Also, was man schon mal festhalten muss, ist, dass all die LKWs, die hier stehen, auf der Seite, schon gestern gestanden haben, als ich gekommen bin. Und heute immer noch stehen. Und heute immer noch stehen. Und ich habe schon 60 Stunden Pause gemacht. Und für einen Kühler ist das eigentlich irgendwie nicht normal, 16 Stunden rumzustehen. Es sei denn, die haben keine Lahnung. Und da gehe ich schon fast von aus. Wenn man mal sieht, was die alles da aufhört. Der eine hat da Paletten und sonst was bei sich. Also, Leerpaletten auf der Zugmaschine stehen gehabt. Und, keine Ahnung, also das ist ganz, ganz komisch. Ich glaube wirklich, dass da einige von den Fahrern stehen, weil sie halt keine Ladung haben. Und da das ein kostenloser Parkplatz ist, wird das halt einfach so genutzt. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass auf diesem Rasthof abgesattelte Auflieger rumstehen. Weil, das ist ein No-Go. Parkplätze sind zu parken für die Fahrzeuge da, damit die Fahrer ihre Ruhepause kriegen. Und nicht, damit die Speditionen irgendwie ihr Material zwischen parken können. Das muss ich einmal so festhalten. Das finde ich scheiße. So. Noch 14 Kilometer. Dann sind wir da. Helsingburg liegt da unten. Ja. Wie gesagt, wir haben heute 5 Kunden, davon kriegen 3 Kunden Küchen, 2 Kunden kriegen Kleinteile. Also, eigentlich ein recht entspanntes Ding. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Morgen dann nochmal 4 Kunden und am Donnerstag einen. Auch das. Eigentlich ein recht entspanntes Ding. Ob ich es aber von Gaitos am Donnerstag in einem Rutsch zurück nach Malmö schaffe, das weiß ich noch nicht. Denn die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Aber auch das werden wir sehen. Tja. Es hat heute Nacht geregnet. Und ähm... Es stürmt auch schon seit gestern. Also beim Parken hat man richtig gemerkt, dass der Lkw immer so ein bisschen hin und her gedrückt wird vom Wind. Wir sind natürlich direkt am Meer hier. Da drüben ist das Meer. Und ähm... Der Herbst ist im Anmarsch. Deswegen wird jetzt auch das Wetter ein bisschen... Bisschen rauer hier oben. Das ist ganz normal. Und Wind hat man hier bei rauen Wetter sehr, sehr viel. Ja. Alles klar, Leute. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde die letzten Kilometer abspulen und mache euch kurz vorher wieder an. Was haltet ihr denn davon? Ich denke mal, das ist ganz okay so, oder? Ja, ja. Perfekt. Dann sage ich an dieser Stelle mal, bis Char-Beta. Ja, Freunde. So, wir haben jetzt noch zwei Kilometer, laut unserem TomTom. Bis zu unserer ersten Ladestelle. Einem Haus in Helsingborg. Das ist also quasi eine Anlieferung direkt dort, wo die Küche aufgebaut werden soll. Und dementsprechend sind folgende Menschen da vor Ort. Und zwar unter anderem ein Monteur. Das ist der Mensch, der diese Küche nachher aufbaut. Und im Normalfall sind halt auch Träger vor Ort. Menschen, die diese Küche an dem Bestimmungsort tragen, damit der Monteur sie aufbauen kann. Und ich muss in dem Fall normalerweise, das bei mir wohne ich auch ganz gerne, quasi nur die Küche kommissionieren und rausgehen. So einmal zum Normalfall. Und ich denke, dass diese Entladestelle eine solche ist. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. 7 Uhr Termin, 7 Uhr 5 komme ich an. Oh mein Gott, 5 Minuten zu spät. Aber so ist das halt. Dann noch eins rüber, damit wir gleich den Kreisverkehr links abbiegen können. Denn ich darf da mit dem LKW nicht lang fahren. Da war nämlich nur eine ausgewiesene Busspur. Jetzt müssen wir dann einfach rechts rum. Und ich darf da mit dem LKW nicht langen. ich bin jetzt auf einer straße auf die ich offiziell mit dem lkw nicht fahren darf aber wir sind ja immerhin im anlieferverkehr ich denke mal das soll wohl okay sein schließlich wollen die ja ihre ware haben sollen soll ich hier rein und dann am ende links quasi vor dieser häuserfront da links also nicht auf die haupt straße sondern direkt vor die häuser ganz wichtig bevor man einfach mal lustig abbiegt erstmal reingucken in die straße dann sieht das nicht da kommt nämlich schon einer raus jetzt brauchen wir 48 52 52 50 a b und c warmen blinker an das ist unser eingang sein da bin ich mal gespannt ich fahre so ein bisschen vor hier ist schon jemand von der baufirma bleiben wir mal genau so stehen und ich werde jetzt erstmal einen monteur anrufen bis gleich ja leute sind schon wieder dabei zusammenzubauen das ging hier so schnell die zweite küche die hier hinkommt in die gegend die kommt gar nicht so weit weg das heißt da haben wir gar nicht so viel zu fahren muss natürlich trotzdem dafür sorgen dass auch auf kurzen stricken der waage nichts passiert das sollte ja jedem klar sein und dementsprechend sicher ich jetzt erstmal auch wenn es nur gefühlt ein paar hundert meter sind wir haben natürlich auch wieder verschiedene keile dabei in verschiedenen flauschigkeitsstufen was man an der farbe erkennt und in angeknabbert und nicht angeknabbert die scheinen sehr lecker zu sein deswegen werden die ganz gerne mal angeknabbert zusammen natürlich noch mal holte ziehen das ist übrigens der einzige hersteller das ein komplett eigenes kurzsystem mit schlossern entwickelt daah ein so hier steht natürlich auch noch auf schränken ich habe es die 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 Das war's für heute. und ab geht die poste so der scanner hat noch genug power das heißt den lasse ich einfach erstmal hier drauf liegen sagt dem scanner aber auch dass wir hier fertig sind mit entladen da kann er nicht sich dagegen fallen und wir gehen mal runter so 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 Ich habe die Bühne mit dem Bühne geschlossen. so leute wir haben richtig viel zu fahren jetzt ganze 190 meter deswegen lasse ich die warnblinker am besten einfach mal an so gefällt mir das am tag drei küchen abladen müssen und die die ersten beiden sind dann schon vor acht uhr raus ja das mag ich jetzt hier noch mal ein bisschen enger ist ja nicht so gut dass das hier ein riesen problem für uns darstellt ganz im gegenteil geübte fahrer wissen gefühlsmäßig schon wo der lkw zu ende ist und mit ein bisschen ruhe funktioniert alles der bulli war gerade am raus lunzen das problem ist dass wir da rein müssen und zwar brauchen wir drei c davor steht auch schon der bulli von den jungs da vorne stehen die jungs selber das sind diese berühmte wende kreise wenn wir zustimmen dass der arsch vor ort genau an der stelle hängt damit die jungs ganz einfach abladen können dann machen wir nachher folgendes erfahren nö das machen wir jetzt zuerst erst mal wenden also wenn wir erst mal wenden weil sich das hier gerade so anbietet wisst ihr muss ich mich eigentlich nur zurückdrücken und kann dann wieder vorwärts raus fahren denn da hinten ist auch gleich wieder der nächste parkplatz auf den ich drauf drücken kann ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Podcast Untertitelung des ZDF, 2020 So, sind wir nämlich direkt wieder in Abfahrtsrichtung bereit und ich muss nicht rangieren, wenn ich fertig bin. Das hat doch mal was, oder? Das ist doch mal was Feines. So, Leute, jetzt geht es wieder rauf auf den LKW und ihr geht mal an die Ladestation, weil ihr fangt hier an zu schwächeln. Das geht ja wohl gar nicht. Bis gleich. So, Freunde. Es ist so weit. Wir sind jetzt unterwegs in die Tamburin-Gartan in Vestra Frölunda. Das ist bei Göteborg, um genau zu sein, ganz in der Nähe vom Hafen von Göteborg. Das sind 220 Kilometer zu fahren. Ich denke mal, das kriegen wir ganz entspannt hin. Und ich habe gute Laune. Oh mein Gott! Manche Leute sagen immer, ja, was soll ich machen? Ich bin halt leider kein Geborener aus Westfalen, sonst könnte ich auch den ganzen Tag krummeln. Was macht er jetzt? Ja, okay. So ist es okay. Ein Mitdenker, Junge. Er wollte sich nicht hinten so eine Lücke reinstellen, dann macht das lieber hier vorne. Ist ja auch okay. Hier nochmal die Engstelle. Ja, da ist halt nicht ganz so viel Platz zu dem Spiegel. Jetzt fahren wir nochmal an Abladestelle Nummer 1 vorbei und ihr seht, das ist noch gar nicht alles oben. Können wir mal sehen, wie schnell ich war. Dann Küche Nummer 2 ist schon weg. Und Küche Nummer 1 ist noch nicht mal oben. Angenehme 16 Grad. Aber hier im LKW ist es gerade echt warm. Okay, also hier rein. Nur einmal rum. Wir wollen ja nicht hier durch die gesperrte Straße fahren, einfach so. Herrlich. Ja, 220 Kilometer von Helsingborg nach Göteborg quasi. Auch wenn es halt offiziell Westra Verlunda ist. Dann haben wir in Göteborg noch eine Küche. Und dann nochmal in Helsingbacca, glaube ich. Kleinteile. Also Westra Verlunda kriegt auch noch Kleinteile, ne? Einmal so zum Westhalten für euch. Wir haben nur noch eine Küche für heute. Das ist so ein bisschen unter meinem normalen Arbeitspensum. Deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen euphorisch, glaube ich. Weil normalerweise, glaube ich am Dienstag um die Uhrzeit, schon deutlich mehr Küchen oder Kobage runter, sagen wir es mal so. Aber ey, dann ist es halt so. Ich will mich hier nicht beschweren. Warum auch? Was ich jetzt aber machen werde, ist, wir setzen jetzt einmal die Sonnenbrille auf. Links anzeigen, dass ich links fahre. Genau, jetzt starten wir mal Hubrik. Ich beantworte Kommentare im Video. Da ihr ja alle regelmäßige Zuschauer seid. Also diejenigen, die gerne Kommentare und sehr, sehr tolle Kommentare vor allen Dingen stellen. Ich bin gefragt worden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Deswegen, bitte seid mir nicht böse, wenn ich den Namen nicht nenne. Aber ihr wisst ja, dass es eure Frage war. Und zwar bin ich gefragt worden in einem Frankreich-Video, warum ich ganz oft schon vor dem Kreisverkehr blinke. So wie ich es jetzt mache. Einfach nur, um anzuzeigen, frühzeitig anzuzeigen, wo ich hin will. Denn ich will es den Pkw-Fahrern so einfach wie möglich machen, ihre Wahl zu treffen. Wenn ich nämlich in einen, gerade in Frankreich, mehr spurigen Kreisverkehr reinfahre, und das Geile hier gilt für Großbritannien natürlich auch, dann ist es immer gut, wenn der hinter dir weiß, okay, der will komplett rum, oder der fährt geradeaus, oder der will direkt die erste raus. Ist immer besser. Warum? Dann kann ein kluger Pkw-Fahrer nämlich für sich entscheiden, okay, ich stelle mich nicht neben den Lkw, oder bleib hinter ihm, oder wie auch immer. Das ist halt einfach nur für mich, dass ich das mache. Ich habe genug Blinkerwasser drin im Tank, also das ist nicht das Problem. das wird mir so schnell nicht ausgehen, das muss ich aber einmal hier über die Scheibe drüber rotzen, denn die ist dreckig geworden. Sodass wir halt genug, genug Möglichkeit haben, es uns einfach zu machen. Es ist natürlich so, dass es nicht in jedem Land gleich gehandhabt wird. Zum Beispiel das Blinken nach innen in Frankreich, das ist kein Muss, das ist keine Pflicht, und das ist auch nicht verboten, sondern das kannst du machen. Weil ich wurde auch schon öfter angesprochen, warum blinkst du nach innen, oder wenn ich es mal nicht mache, warum blinkst du nicht nach innen? Ich blinke immer halt dann, wenn ich der Meinung bin, dass es den Verkehrsteilnehmern um mich herum, dass es denen helfen kann, ihre Situation wahrzunehmen, und ihre Entscheidung zu treffen. Ob ich damit immer automatisch richtig liege, ob ich damit den Leuten es immer leichter mache, oder vielleicht auch manchen eher verwirre. Das mag sein. Das kann ich schwer beurteilen. Aber wer ohne Fehler, der bitte mit dem ersten Stein. Jetzt wollen wir zum Beispiel hier gleich wieder rechts raus. Und letztendlich ist auch ein Kreisverkehr nichts anderes als eine Kreuzung. Und das ist auch ganz gut, wenn man schon vorzeitig anzeigt, wo man hin will. Keine Fußgänger. Oh, ich habe ja diese Kamera. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal einen nach links, um auf die Autobahn zu fahren. Wir werden jetzt gleich auf die E6 drauf schippern. Das hier ist jetzt noch die E4. Und wir werden gleich auf die E6 rüber gehen, damit wir nach Göteborg hoch können. Und dann werden wir über Svinesund morgen Abend, Nachmittag, dann nach Norwegen reinfahren. Ja, so sieht es aktuell aus. Gut Leute, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal eine Runde. Und wenn schöne Landschaften kommen, werde ich die natürlich für euch mitfilmen. Alles klar. Ich habe mal gerade aktuell ein bisschen Pause gemacht. Denn, ähm, ja, was soll ich sagen, der Termin ist um 12 Uhr. Und obwohl ich jetzt fast eine Stunde Pause drauf habe, bin ich immer noch fünf Minuten zu früh. So, soll aber nicht weiter schlimm sein, ohne jetzt mal eine Dampfe runtergefallen. So. Ach ja. Ja, was soll ich groß sagen, ne? Jetzt habe ich hier Pause gemacht, ich bin aber nicht groß ausgestiegen oder was. Ich habe mir einfach was zu essen gemacht. Es gab vollkommen Brot mit Matsches. Es war auch ganz gut. Mit der Magen nehme ich erstmal ein bisschen was zu tun. Und jetzt fahren wir hier erstmal Winner aus Gladbeck hinterher. Weil vorhin kommt Verkehr und der hat deutlich mehr Geschwindigkeit als Winner. Ach ja. Schöne Lande hier, ne? Kann man sich mal geben. Da, Felsen. Ja, Schweden ist schön. Generell ist ganz Skandinavien ist schön. Aber man muss halt echt berücksichtigen, dass hier Lebenshaltungskosten nicht so ganz so easy sind. Also wenn man Urlaub fährt, das ist meist kein günstiger Urlaub. Wenn man sich hier selber verpflegt, zum Beispiel über ein Ferienhaus oder so. Das ist halt natürlich, man bringt sehr viel mit aus Deutschland. Ganz klare Sache. Also es ist tatsächlich so, das Einkaufen hier so 20 bis 30 Prozent teurer ist als in Deutschland. Wenn man das mal so einfach auf den Einkaufswagen projiziert. Und was mich persönlich hier im Sommer völlig, völlig kirre macht, sind die ganzen Mücken. Zumal schwedische Mücken bei mir irgendwie einen härteren Wirkungsgrad haben als deutsche Mücken. Ich kann euch nicht sagen, woran genau das liegt, aber wenn ich hier von schwedischen Mücken, ich sehe dann aus wie ein Streuselkuchen. Also ganz schlimm. Aber es ist das Land, es ist das Land der Seen. Und wo viele Seen sind, also stille Gewässer, sind viele Mücken. Wir haben jetzt immer noch 39 Kilometer zu fahren. und tja, das werde ich mal ganz locker machen. Was soll ich groß sagen? Mir geht es soweit ganz gut. Nächste Küche wartet. Erstmal müssen wir aber Kleinteile machen. Das sind drei Arbeitsplatten und zwei Kartons. Ich habe auch schon versucht, da anzurufen. Ist aber bei bald da niemand ans Telefon gegangen. und das ist schlecht bei diesen, wenn du nur so Remediates hast, also nur Kleinteile und die Leute sind dann, gehen nicht ans Telefon, weil da wird ja keiner da sein, der jetzt auf drei Kleinteile wartet, auch wenn wir die terminiert haben. Ich denke nicht, dass da direkt einer steht und wartet. Da sind besondere Häuser und zwar das Haus, wo wir da hinfahren, die haben von oben geguckt, vom Satellitenbild aus, haben die so eine Sternenform. Also deswegen, wenn man da einmal angeliefert hat, dann vergisst man das so schnell nicht wieder. Ich werde jetzt noch eine Runde fahren, 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 fahren auf der Autobahn, also fahren, fahren, fahren auf der Autobahn und dann melde ich mich kurz vor Westrafrolunda wieder, würde ich sagen. Ja, so machen wir es einfach. Rehn, je hauen. Ich habe mal schnell den Kunden abgearbeitet. Ich konnte nicht davor drehen, denn aktuell unterstütze ich noch ein Kollegenteam und zwar Yvonne und Pierre. Die sind zum ersten Mal auf dem Weg nach Großbritannien. die mussten eine Tour übernehmen für jemanden krank geworden ist nach Schottland und da gibt es im Augenblick ein paar Probleme. Die haben natürlich auch viele Fragen, was vollkommen okay ist und da musste ich einmal gerade unterstützen. So, Kosmos Gartan ist das nächste. Nummer 8. Nummer 8. Kosmos Gartan 15, 6, oh ja, das passt. Da werden wir dann eine Küche abladen. hier gingen ja nur Kleinteile hin. 3,8 Kubikmeter An Pavel geht die Küche. Den werde ich gleich mal anrufen. Ich muss einmal gerade gucken, wann ich offiziell Termin da habe, weil wir sind glaube ich ein bisschen schneller da als ursprünglich gedacht. Da haben wir Termin um 14 Uhr. Nee. Doch, um 14 Uhr. Das sind nur 20 Kilometer. Wir sind viel zu früh. 14 Uhr Termin, 12.39 Uhr sind wir da. Egal. Ich zeige euch erstmal, wo wir hier sind. Bis gleich. Und zwar sind wir jetzt in Westkraft Rolunda an diesen Häusern, die von oben aus sehen, als wären es Sterne. Da unten wird auch noch viel gebaut. Also generell kann man sagen, Schweden, da wird immer viel gebaut. Viele neue Wohnhäuser. Und wir fahren jetzt glaube ich gleich auch am Hafen vorbei. Hafen von Göteborg, wo die Schiffe ablegen Richtung Kiel. und jetzt lassen wir erstmal die Dame durch. Die hat nämlich ein Kind umgebunden in der Trage. Und ich wette, dass mindestens eins auch noch im Kinderwagen liegt. gut. Ihr seht es ja selber, hier ist noch viel Baustelle. Das, was wir jetzt hatten, war nur eine Nachlieferung. Da waren irgendwie Arbeitsplatten kaputt oder falsch oder was. und dementsprechend haben wir jetzt richtig nachgeliefert. Und jetzt fahren wir auf die E6, also Richtung E6 Oslo. Doppelte Kreisverkehre und jetzt nochmal zum Thema. Deswegen blinke ich halt, damit die wissen, okay, der fährt auch gleich direkt rum. Genau, also von hier aus fahren glaube ich Schiffe nach Kopenhagen und nach Kiel und ne, Frederickshafen und Kiel. Frederickshafen. Es gibt hier in Göteborg auch glaube ich kaum eine Straße, in der ich noch nicht war. Was ja auch nicht schlimm ist. Wie gesagt, jetzt haben wir gleich nochmal eine Küche, wo wir viel zu früh ankommen. Ich werde dann da mal anrufen, mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin, dass die Piraten ein bisschen näher kommen. Ja, ich sag Piraten, das sind Piraten. Da kommen tatsächlich Piraten. Das ist kein Witz, da kommen Piraten. Ja, Piraten. Ohne Säbel, aber Piraten. Ohne dreiecke Mütze, aber Piraten. Ohne Piraten, Schiff. Aber es sind Piraten. Ja, weil die Firma Piraten heißt. Voll lustig, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was er hier macht. Fährt hier langsam und der hinter uns, der meint, der hinter ihm war, der meint dann, mich anhuben zu müssen, oder was? Junge, 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 ich bin nicht zuständig. Nee, ich bin nicht zuständig, hier deine die Spur zu wechseln für dich. Kurva, Jobanivrot, bin ich nicht. Du willst dich auf die Autobahn einordnen, dann musst du das auch machen und nicht ich muss dir Platz machen. Das gilt übrigens europaweit überall. Wer auf einer Autobahn sich einfädelt, ja, der hat keine Vorfahrt. Vorfahrt haben die, die auf der Autobahn sind und die sind nicht genötigt, die Spur zu wechseln oder dergleichen. sind sie nicht. Tü, 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 tü. Ja, das musste ich jetzt einfach mal machen, das war notwendig, überlebensnotwendig. Ich muss ja hier, ne, gehört ja zur morgendlichen Abfahrtkontrolle eigentlich dazu, dass man auch kontrolliert, dass die Signalhörner funktionieren. Also alle, so insgesamt. Jetzt können wir noch einen rüber. Ach ja. Ich weiß nicht, warum genau, aber er meint, er ist ja in der Vesta-Läden. Ach, stimmt. Genau. Muss ich sogar. Weil nämlich, die, die jetzt über die Brücke fahren, die kommen auf die andere Seite vom Fjord. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja noch nicht nach Oslo. Wir haben ja noch Kunden hier in Göteborg. Herrlich. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Gebäude? Das kenne ich noch gar nicht. Seht ihr das Hochhaus da hinten? Das kenne ich noch gar nicht. Das ist im Bau. Können wir ja sehen, wie lange ich schon nicht mehr in Göteborg war. Wow. Wow, 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 wow. Ich sage ja, hier wird fleißig gebaut, ne? Unter anderem auch Hochhäuser. Und das sieht, das sieht mal stark aus. Übrigens hier ist Fairhafen neben uns, ne? Das wollte ich auch mal gerade gezeigt haben. Stenallines Fairhafen. Das hier ist der, um nach Kiel zu kommen. Und der, der gleich kommt, der Pier, der gleich kommt, der ist für Friedrichshafen. Aber Satan ist hier wirklich das Hochhaus da hinten. Das, was da gerade gebaut wird, das nehme ich zum ersten Mal wahr. Da sind die, ja, schnell bauen können die ja, die Schweden, ne? Das haben sie schon immer gekonnt. Wir kommen dann gleich in den Tunnel rein, ne? Ja, aber was ein Klotz, ne? Krasse Sache. Ich bin ja echt kein Typ, den man für Höhenarbeiten gebrauchen könnte, ne? Also so Hochhäuser bauen, das wäre das Letzte, wo ich Bock drauf hätte. Ne, da bin ich. Ich habe Respekt vor der Höhe. Ich habe keine Angst davor. Also ich gehe auf eine Leiter drauf und so alles kein Problem. Aber man würde mich niemals dazu bringen, in einer Höhe, wo jeder Absturz definitiv tödlich ist, zu arbeiten. Das würde ich partout nicht machen. Weil da habe ich einfach viel zu viel Respekt vor. Ich würde auch nicht auf dem Dach arbeiten. Viel zu viel Respekt. So, und jetzt hier einmal der Hafen für die Fähre nach Friedrichshafen. Jetzt kommt eine ganz nette Anekdote von früher mal. Möbel Kutschers Kneekästchen. Es ist Jahre her. Da sind wir auch mal für Nolte-Küchen nach Schweden gefahren. Relativ häufig sogar. Und hier drin hat jemand sein Lager, der Nolte-Küchen bekommen hat damals. Der hat auch andere Poggenpol und so hat er, glaube ich, auch angeboten. Und da habe ich damals in diesem Haus angeliefert. Es war 2013 oder so. Ewig lange her. Aber man muss leider ehrlicherweise sagen, Nolte-Küchen konnte sich auf dem schwedischen Markt nicht festsetzen. Denn das liegt einfach daran, das ist wie gesagt Möbel Kutschers Nähkästchen, dass der schwedische Markt anders funktioniert als der deutsche, wenn es um Küchenmöbel geht. Denn die Schweden sind ein Volk, die sehr gerne zur Miete wohnen und in Mietshäusern sind die Küchen Bestandteil der Wohnung. Das heißt, der durchschnittliche Schwede kauft viel seltener eine Küche. Und dementsprechend braucht man hier keine 30, 40 Küchenstudios pro Stadt. Braucht man einfach nicht. So, jetzt wird es blau über uns, LED-mäßig, weil wir da unterm Kanal durchfahren. 11 Kilometer haben wir noch bis zum Grund. Und jetzt kommen wir gleich auf die Seite von Göteborg, die schon seit Jahren Großbaustelle ist. Ich weiß nicht, wie es da aktuell aussieht, da muss auch ich mich überraschen lassen. Aber hier ist 50 schon angeschlagen und die ersten Baustellenschilder kommen schon. Hier wird massiv neu gebaut. Ganze Autobahnkreuze werden da umgebaut und umgelegt und all sowas. Ah, guck mal, der Tunnel ist fertig. Leute, diese nächste Unterführung Schrägstrich Tunnel kenne ich noch aus meiner Zeit ohne die Brücke, ohne den Tunnel, ohne alles. Einfach durchfahren. Das Ding hier ist noch Mist neu. Tja. Diese Stadt ist wirklich arg im Wandel. Hier passiert immer eine ganze Menge. Wir bleiben in der Spur. Ich muss auch gleich nochmal einen Schluck Wasser trinken. Denn ich habe heute erst anderthalb Liter weg und das ist ein bisschen wenig. Dafür, dass wir schon halb eins haben. Auch wenn ich noch nicht viel gearbeitet habe. So, wir bleiben weiter Richtung Oslo. Jetzt zeigt sich auch, dass das neue Tamtum-Navi wirklich auch sehr aktuell im Stand ist. und jetzt müssen wir uns gleich rechts halten Richtung Karlstadt, Oslo. ist das ja immer wieder. Es ist schön, wenn man mal hier ab und zu hochkommt. Es ist wirklich schön. Ich muss das längst nicht mehr jede Woche haben. Definitiv nicht. weil Schweden halt leider auch Eintönigkeit in sich birgt für Lkw-Fahrer. Das ist leider so. So, jetzt muss ich mal gucken. Grammels dann sollen wir runter. sieben Kilometer noch bis zum Kunden. Ja, Leute, jetzt lasse ich euch mal wieder ein bisschen länger mitlaufen. Ich fahre jetzt erstmal nochmal ein paar Kilometer Leute und dann melde ich mich wieder bei euch zurück, okay? Bis später. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Also, sie haben jetzt nur noch 2,8 Kilometer bis zum Abladeort unserer Küche und der letzte Abladeort das ist übrigens wieder Movator wo auch nur Kleinteile hingehen deswegen ist das überhaupt nicht tragisch oder so. Die werde ich dann natürlich gleich auch schon raussuchen. Wenn ich die Küche fertig habe suche ich gleich schon die Teile für Movator aus, damit ich die direkt hinten mir bereitstehen. Abladen zum Abladen zum Abladen Zum Abladen лан! whatand flinch predictions can zum Abladen So, ich bin noch mal gespannt, was das für Häuser sind. Das wird auf jeden Fall ein Projekt sein. Also irgendwo eine Wohnung, die noch ausgestattet wird, die jetzt gerade renoviert wurde oder dergleichen. Bei Mieterwechsel zum Beispiel. 1,6 Kilometer noch in 1,2 links am Kreisverkehr. Wieder tiefhängende Bäume. Wenn auch, längst nicht so schlimm wie in Großbritannien. Boah, du hast wie eine Bergstiege, aber ich muss erst mal als Außenstofffach rankommen, um mir da eine Flasche rauszuholen. So, hier muss das irgendwie drin sein. Hm. So, hier ist es, ich muss erst mal auf die Flasche rauszuholen. Kosmosgarten Nummer 8. Ja. Ja. ich wette dass das hier das haus ist aber ihr seht selber ich bin hier so zugeparkt dass ich da nicht nach links einbiegen kann und rückwärts stört die laterne weil ich hier nicht wirklich ausholen kann mit der maschine da hinten ist der berühmte wendplatz gute frage ich werde mal schnell google fragen ich werde mal schnell google fragen ok wir stehen da wir müssen da schwierig mit den ganzen geparkten autos hier äußerst schwierig aber wir müssen da irgendwie hin jetzt machen wir mal folgendes so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, abbiegen wird hier nichts. Abbiegen wird hier nichts. Das ist schade. Das kriegen wir nicht hin. So, der Wendeplatz ist auch zu klein. Aber ich kann jetzt erstmal hier stehen. Ja, vier, sechs, acht wird das andere Haus sein. Ich rufe die jetzt erstmal an bis gleich. Leute, schon wieder Pause. Echt, sag mal, was ist denn heute los hier? Da eine Stunde Pause, da eine Stunde. Ich habe eine Stunde Pause jetzt. Stunde. Das ist 12.51 Uhr und die kommen erst um 14 Uhr. Vorher ist nicht möglich. Wir kommen ja eh nicht rein aktuell. Also von daher. Naja, ich kann ja nur die Autos beobachten und hoffen, dass da einer von wegfährt, sodass ich das später reinfangen kann. Und wenn nicht, dann wird das für die Piraten ziemlich, ziemlich beschissen. Aber naja. Ich mache jetzt Pause und euch rate ich das Gleiche. Bis gleich. Nein, macht keine Pause. Guckt das Video weiter. Auf jeden Fall. Was labere ich denn da? Satans Ziege. Rinnjahorn. Vielleicht seht ihr das da hinten, da ist eine Treppe. Die geht, keine Ahnung. Höhe überwindet sie mindestens 5 Meter. Und da mussten die Möbel hoch. Der junge Mann und das Mädel taten mir echt leid. Ihr fragt euch, wie ist der denn jetzt überhaupt hier reingekommen? Das war doch so eng. Ja. Reingekommen bin ich. Aber ob das mit dem Rauskommen jetzt genauso wird? So. Ihr seht selber, da vorne ist das Schild, da ist ein Baum. Hier steht ein Auto. Das wird nicht so einfach. Das wird nicht so einfach. Also ich muss wahrscheinlich erst mal ein Stück zurück. Und gleich schon mal ein Stück einlenken. Jetzt lasse ich natürlich erst mal den Volvo durch. Und sich hier über die Kamera fast in den Vorgarten fahren. jetzt stark einlenken, vor den weißen, jetzt den Knick rauskommen lassen, dass ich den Baum nicht umsehe und gleichzeitig nicht mit der Auffliegerkante da den Daimler, oder was das immer auch war, erwische. Jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's scheiße. so am Schild sind auch so halbwegs die Ecke einmal checken bitte Sieht gut aus Zauberauflieger, ich sage es immer wieder, das war knapp Das hätten wir jetzt mit einem 2- oder 3-Achser Au, schönen Gruß an die Bandscheiben vom Schlagloch ihres Vertrauens Also mit einem 2-Achser oder einem 3-Achser hätten wir das jetzt nicht probieren müssen Auch mit so einem Stiegelmaier-Auflieger, 2-Achser, 1-Achse gelenkt Wäre das nicht gegangen, selbst wenn ich sie gelüftet hätte Die starre Achse Bei dem Sinne, warte, ich bin nicht in Großbritannien Ich habe gerade Habt ihr das gemerkt? Ich wäre fast britisch um den Kreisverkehr rumgefahren Weil die keine Pfeile auf dem Boden waren Und es ist einfach so im Blut Ich war gerade wie in Großbritannien Frag mich nicht warum In Großbritannien passiert mir das nie Dass ich auf der rechten Seite unterwegs bin Aber hier passiert mir das ab und zu mal Gerade in so Wohngebieten oder so Dass ich auf einmal merke, oh ich bin links Junge, hier gehöre ich gar nicht hin Und jetzt gerade auch Beim Einfahren in den Kreisverkehr hat sich das falsch angefühlt So 14 Kilometer zum nächsten Ankunft Kurz vor 3 3 Uhr ist auch avisiert Also von daher sind wir gut im Zeitplan Das war ja auch Bis zu diesem Punkt hier Alles entspannte Sache, oder? Naja Gut Leute, ich sage an dieser Stelle erstmal bis später Lass mich da erstmal hinfahren Bis gleich So Leute Also irgendwie kommt mir das gerade alles ein bisschen komisch vor Das liegt irgendwie daran Dass ich normalerweise diesen Kunden gut kenne Und ich gerade vermute, dass der umgezogen ist Dabei kommt mir der Straßenname sehr bekannt vor Handwerkergarten Nummer 17 Jetzt bin ich immer gespannt, wie wir jetzt da rangeführt werden Bin ich wirklich gespannt Wenn ich Handwerkergarten, äh Transportgarten Da bin ich aber jetzt echt mal Find ich ja schon ein bisschen tricky Ach, weil wir normalerweise von einer anderen Schnellstraße kommen Ja Weil jetzt, das kommt mir schon wieder alles bekannt vor Jetzt meine ich nämlich, das passt auch Vorher war das so ein bisschen so Äh, wo sind wir denn jetzt? Und Tja Obwohl Hier war doch nie ein Bauhaus Digger, wo sind wir denn jetzt? Das ist hier abgeblieben, hör mal Wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt haben wir überhaupt nicht das, wo ich meine, dass wir eigentlich werden müssen Transportgarten Äh, äh jetzt bin ich gerade ein bisschen früher doch auch die gleiche adresse oder nicht warum sieht das jetzt alles anders aus muvator das ist ein anderes lager aber ich meine das wäre früher auch schon transport garten gewesen da hinten sind auf jeden fall muvator fahrzeuge die sehe ich jetzt schon diese dreieinhalb tonner die da hinten stehen aber ich kriege auch nur drei teile also müssen wir jetzt kein larry kein riesen larry darum machen aber ich meine das wäre früher auch immer schon transport garten gewesen aber die ganze anfahrt kam mir schon komisch vor also mal gucken wo muvator sitzt ich glaube ich habe es gefunden das sieht nämlich aus als wäre da hinten an der tür würde muvator dran stehen ja muvator stellen wir uns einfach mal hier vor gehen schnell anmelden und dann legen wir denen die teile da auf die rampe ich muss da nicht rückwärts an die rampe ran fahren ich fahr da jetzt zwar vor aber ich docke da nicht an wie gesagt das ist nur ein hängeschrank hängeschrankregal und superkarton also nichts wildes okay ich gehe mal schnell anmelden bis gleich so freunde auch dieser kunde ist geschichte drei teile die habe ich ihm da schnell auf die rampe gelegt dann hat er sich eine palette geholt dann habe ich sie auf palette gelegt und dann war er dann auch irgendwann mal zufrieden so jetzt heißt es für uns parkplatz suchen so so sollte eigentlich kein riesen problem sein aber eigentlich ist der kleine bruder von scheiße oder wie war das ich habe ein paar platz suche eingegeben über das tomtom navi und es hat mir einige möglichkeiten angezeigt und ich habe mir einen ausgesucht den ich kenne da fahren wir jetzt auch hin das ding ist ich werde erst mal dran vorbeifahren müssen weil er in der gegenrichtung liegt das war mir vorher auch schon bewusst um um dann zu drehen und da drauf zu kommen das gute ist wenn ich dran vorbeifahre sehe ich auch gleich schon ob der voll ist oder nicht so schaut es aus so morgen haben wir dann export gartern 8 kubik und das ist ganz hier in der nähe ist im gleichen stadtteil helsing backer dann wollen wir mal sehen wie wir morgen vorankommen morgen haben wir dann drei kunden nur drei kunden und verzollen und am donnerstag ein also im grunde genommen ist das eine richtige leichte tour sagen wir es nur eine leichte tour es ist nichts wo ich mir ein bein ausreißen würde normalerweise meiner meinung nach hätte ich die anderen heute auch machen können aber das ist mit diesem termin der ist ein bisschen unflexibel also wenn du schneller bist dann musst du halt warten und genau so ist es jetzt auch wenn morgen früh 7 uhr termin und nicht um 15 uhr 30 und bei 8 kubikmeter in 16 uhr fällt der hammer da machen wir das heute über morgen wir haben ja keinen kein stress im herkömmlichen sinne ne wir können ja ganz entspannt der dinge harren die da kommen was gibt es sonst groß zu sagen ja jetzt gerade aktuell nix also wie gesagt ich bin jetzt auf der e5 40 wenn ich mich nicht täusche und also eh weil in skandinavien gehen die alles nur nach europa straßen die sagen sich boah wir haben jetzt hier die europa straßen also nutzen wir die auch die bezeichnungen dafür in deutschland weiß kaum jemand wo die e 30 langläuft dass zum beispiel die e 30 auch ein großes stück der a2 ist und der a30 das sind die wenigsten dass man von ich glaube von amsterdam bis nach moskau fahren kann so da ist der parkplatz da ist noch was da ist noch was für uns leute leute da bist du glücklich wenn du sowas siehst da werden wir gleich runterfahren also müssen 4,4 kilometer wenden fahren dann wieder zurück und dann ist auf jeden fall noch was frei müsste ja mit dem teufel zu gehen wenn jetzt jeder lkw da runter fährt um da pause zu machen ok und ich sag jetzt erstmal bis später wir sehen uns dann gleich spätestens wenn ich auf den parkplatz drauf rolle wieder bis gleich so leute jetzt sind wir an dem punkt wo wir wenden und guck mal da altes schlösschen da oben beziehungsweise eine burg feste je nachdem wie man es nennen will wir sind jetzt hier bei kungsbagger gerade wie gesagt jetzt drehen wir und fahren wieder zurück Richtung hilsingsbagger oder hilsingsbagger so schrecklich viele kilometer haben wir noch nicht gefahren ne übrigens für alle die es interessiert 141888 und bei 150.000 kilometer habe ich mir gesagt machen wir mal ein spezialvideo zum ersten langzeittest weil wir haben das gefährt jetzt mittlerweile seit juni also juno letztes jahr unsere schöne lagerta und wie gesagt jetzt haben wir 141889 runter was ganz in ordnung ist und ja da wird es vielleicht mal zeit für so ein kleines zwischenfazit definitiv sogar jetzt will ich noch eins rüber weil hier natürlich Brustspur ist ja ich bin schon vom Gas hier vorne sind alle echt arg langsam ich habe Tempomat eh nur 85 eingestellt momentan fahren wir den halt mit 75 hinterher ist mir da noch egal oder baut sich da vor uns etwa einen Stau auf das wäre natürlich richtig doof 3,2 Kilometer vor dem Parkplatz da kommt schon das Schild für den Parkplatz Klareberg so heißt der Parkplatz Klareberg dann haben wir morgen vielleicht 10 Minuten zu fahren bis zum ersten Kunden für morgen und das ist auch ganz gut so ich denke mal heute werde ich mir noch eine Runde Computerspielen geben werde mal ein bisschen War Thunder zocken vielleicht ist mein Bruder auch wieder online und dann schauen wir mal jetzt entspannt 1,6 Kilometer Leute drückt jetzt mal bitte alle die Daumen Hashtag Daumen drücken und vielen Dank nochmal für eure ganzen tollen Kommentare ich komme in letzter Zeit schwer dazu Kommentare zu beantworten nehmt mir das nicht übel also ich lese alle das wisst ihr und ihr kriegt auch alle noch euer Herzchen und eure Bewertung beziehungsweise eure Antwort aber momentan komme ich da ganz schwer zu einfach auch weil ich wirklich arbeitsmäßig gut eingebunden bin und zu hause ist auch ganz gut zu tun da fährt gerade einer runter jetzt wollen wir noch diesen einen Parkplatz für uns diesen einen Parkplatz oh nein oh nein man wobei wir da mit Sicherheit noch reinpassen oh Glück gehabt da oh oh So stehen wir doch perfekt. Herrlich. Leute, Feierabend. Hoch die Hände. Nee, Wochenende ist noch nicht, aber egal. Leute, bis gleich. So, 7 Uhr, wir fahren jetzt los. Es ist ja zum Glück nicht weit, sind wir 10 Kilometer. Und wir haben den zweiten Termin erst um 10 Uhr, also in drei Stunden. Dementsprechend habe ich mir einfach gedacht, boah, da müssen wir uns nicht hetzen. Weil ich auch keine zwei Stunden brauche, bis er allen saß. Ja, es ist schön, dass du mir das sagst. Sieh mal, at 7.16 Uhr sind wir da. Das Wetter, ja, es ist mies. Und ich denke, das wird heute auch den ganzen Tag über so bleiben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist Jacke wie Hose, da kannst du machen, was du willst. Zu Fuß ist weiter als über den Berg und ihr wisst Bescheid. So rechts ist nämlich Busspur, ne. Deswegen muss ich da jetzt auch mal langsam von runter. Ja, 7,7 Kilometer fahren wir ab. Wir sind 8,6 bis zu Export-Gartan. Der Kunde, wo wir jetzt hinfahren, da war ich noch nicht. Ist mir vollkommen neu. Export-Gartan kenne ich zwar, aber den Kunden kenne ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Wir kriegen trotzdem alles hin. Jetzt haben wir erstmal eh ein bisschen Stau. Wie gesagt, das Wetter ist... Schön ist anders. Und anders ist modern. Aber naja. Ich sag erstmal bis später, ne. Denn hier so Stau und Regen, das ist eine Kombi, die will ich euch jetzt nicht 10 Minuten lang antun, okay. Bis gleich. So Leute, also. Es ist noch ein Kilometer, bevor wir die Autobahn verlassen. Und wir sind auch schon auf der Abbiegespur. Tja, ich bin ja mal echt gespannt. Wie das bei dem Kunden gleich mit dem Abladen auszieht. Ich hoffe, der hat eine Rampe. Aber... Hoffen heißt nicht Wissen. Und hoffen heißt nicht, dass er tatsächlich eine hat. So. So. Muss ich hier schon runter? Ich glaube ja. Das ist frei. Übrigens laden wir da gleich eine große Küche ab. Die hat über 8 Kubikmeter, über 50 Teile. Für schwedische Verhältnisse eine schon sehr große Küche. In Großbritannien eher eine Standardküche. In Deutschland eine Riesenküche. Nur so, dass man einmal die Proportionen zwischen den Ländern kennt. Okay. Ich kenne das ganze Industriegebiet irgendwie nicht. Ich dachte immer Exportgattern. Also in Exportgattern kenne ich aber wahrscheinlich in Stockholm. Jetzt fahren wir erstmal geradeaus von dem Kreisverkehr drüber. Jetzt fahren wir erstmal geradeaus von dem Kreisverkehr drüber. Ja. Das war's. Da rechts ist es. Ich will mal gucken, ob wir von hier aus drankommen oder ob wir hätten eine Straße eher reinfahren können. Ich glaube, die Straße wäre gut gewesen. Das Ding ist ja, man will ja nicht unbedingt nur vor den Laden kommen, sondern wir müssen ja dahin, wo auch die Ware rankommt. Also ein Haupteingang nützt uns meistens nicht so ganz so viel, gerade wenn es so, ja, wie so Einkaufszentren oder sowas sind. Green Storage, das weckt ja wieder Erinnerungen an Big Yellow. So, das werden wir hier mal wenden. Das kriegen wir auch hin, indem wir einfach hier mal kurz vorwärts vorfahren und dann zurücksetzen. Ja. 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 Ja, Leute, manchmal ist das so, wie gesagt, wenn man Kunden zum ersten Mal hat, dann findet man nicht unbedingt immer auf dem ersten Ansatz die richtige Zufahrt, was nicht weiter schlimm ist. Wir haben ja Zeit. Generell haben wir Zeit. Stress macht man sich nämlich immer nur selber. Also fahren wir jetzt links und fahren dann die nächste links rein. Frei nach dem Motto, wenn wir mal lieber eine E-Jahr rechts gefahren. Ja. Nee, das schaue ich nicht. Fahrradfahrer durchlassen, ne? Ja. Na, wans guck. Wans guck, da müssen wir hin. Aber das wird mit Sicherheit nicht nach Vordertür ausgeladen. Sondern bestimmt eher hier. So, schauen wir mal. Das stellen wir jetzt erstmal hier so hin. Und wenn Papiere rauszuholen, dann geh ich da mal rein. Bis gleich. Guck mal, so stehen wir da drin. Und ich habe gerade auch unser Tantenheld genau hier gemacht. Also, da. Da stehen wir drin. Ich fahre jetzt mal schnell raus. Damit das Tor dazugehen kann und es da nicht reinzieht. Und dann gebe ich dem nächsten Kunden ins Navi ein. Ist das ein Deal? Ich denke mal ja, ne? Genau. Jetzt kann das Tor hinten zugehen. Und wir können den nächsten Kunden eingeben, der in... Lass uns mal gucken. Gucken wir gerne auch gemeinsam. in Alingsas liegt. Das heißt, wir füttern jetzt mal das Navi mit... Ne, genau. Gammler. Gammler. Ich weiß nicht, wofür Gammler steht. Aber es klingt total nach Rumgammeln. Ähm... Wer... Ne, das ist nicht das... Äh... Mal hören, tausend ausmalen. Na, da ist das... Äh... Wer nervs... Wer nervs... Wer nervs... Komm nach Vernassens. Wägen. Ne, Borg. Wer nervs... Wägen. Geh mal in den Keller. Ich glaube die Russen sind da. Wägen. Nummer 9. So, haben wir. Alingsas. Passt. Und jetzt... Abfahrt. 10 Uhr. Haben wir da den avisierten Termin. Abfahrt, hab ich gesagt. Genau. Ich bitte dich. Jetzt fahr auf. Mal. 47 Minuten. Das heißt, wir sind auf jeden Fall eine Stunde zu früh. Und das ist schlecht, denn der Laden macht halt erst um 10 Uhr auf. Naja, egal. Leute, so. Also die 8 Kubikküche. Das hier ist kein typischer Laden, wo Küchen runtergehen. Deswegen war ich hier auch noch nie. Und wir werden hier auch nie wieder hinkommen. Denn das ist eine Küche für einen leitenden Angestellten, der sich die bestellt hat. Und er hat sich die hier hin liefern lassen und will die durch seine Jungs selber montieren lassen. Finde ich clever. Ressourcen nutzen, die man hat. Warum nicht? Solange alle Pferde dafür bezahlt werden. Oder mit Bier entlohnt bei Freundschaftsdiensten, ist das auch okay. Ah, schön, ey. Ich freu mir was. Ich freu mir was. So, jetzt muss ich aber auch mal bremsen, denn da ist ein Fahrrad. Okay, er will nicht. Aber das kann ich ja nicht ahnen. Geht man nie davon aus, dass ein Fahrradfahrer immer zeigt, wo er hinfahren will. Er hatte nämlich auch das Handy in der Hand. Gefährlich für ihn. Gefährlich. Genau diesen Fahrradfahrer haben wir gleich nochmal. Ja, aber der ist jetzt ein bisschen hinter uns. Komischer Kreisverkehr mit quasi nur einer Ausfahrt, aber zwei Firmen zu fahrten. Wieder Fahrrad. Huiiii, ab geht die wilde Fahrt. Ja, 47 Kilometer. Wir kommen ein Viertel von neun da an. Das ist viel zu früh. Wie gesagt, der Laden öffnet erst um 10. Aber ich bin irgendwie, bin ich diese Woche schon immer zu früh. Keine Ahnung warum. Gestern zweimal eine Stunde zu früh. Zweimal. Und heute quasi schon wieder. Sehr großzügig geplant die Tour, sagen wir es mal so. Sehr großzügig geplant. Da ist viel Freiraum eingeplant. Ein bisschen wie Sightseeing. Wenn das Wetter jetzt noch mit spielen würde, könnten wir auch Sightseeing machen. Was ich euch auf jeden Fall schon mal verraten kann. Also von unserem letzten Kunden in Gaitus, Norwegen. Zurück nach Malmö. Das wird ein Ritt. Hui. Staue. Litsimi Mario. Hattest du den Stau gesehen? Ja, sie zeigt es uns an. Als Orange. Aber ohne große Zeitverzögerung. Mal gespannt, ob uns einer reinlässt. Denn da ist so ein Audi QE bla. Also so ein Elektro Audi. Aber der lässt uns Freiraum. Und dafür bedanken wir uns erstmal recht herzlich. Ja Leute, auch hier gilt wieder die Devise. Ich werde euch jetzt nicht mit Stau und dummen Rumgesabbel nerven. Denn das ist nicht meine Intention. Ich melde mich gleich wieder zurück, wenn es ein bisschen interessanter wird für euch. Alles klar. Ringehauen. Piep, piep, piep. Ich hab euch alle lieb. So Freunde, jetzt sind wir so ein bisschen raus aus dem Staun. Ich möchte euch das mal zeigen. Also dieses komplette Autobahnkreuz hier. Das gab es vor wenigen Jahren noch nicht. Die haben hier vor, lass mich lügen, acht, neun Jahren angefangen in Göteborg schwer umzubauen. Umzubauen, aufzureißen, abzureißen, neu zu machen. Was man erstmal sagen muss. Danke TomTom, du kommst hier super klar. Viele andere Navis sind hier nicht auf aktuellem Stand. Das ist leider so. Wenn man ein Navi hat, wo man sich Kartenmaterial runterladen muss und macht das wirklich nicht sehr regelmäßig, dann ist man bei solchen Baustellen schnell mal hinten dran. Das ist nicht böse gemeint und auch nicht abwertend gegenüber anderen Navigationssystemen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel, ich nehme das OEM Navi, was uns hier zur Verfügung steht. Das von DAF selber. Das ist ein sehr gutes Navi, das wisst ihr. Ich bin damit sehr zufrieden. Aber auch dieses Navi beruht auf runtergeladenem Kartenmaterial. Und muss selbstständig aktualisiert werden. Also wenn du da nicht auf die App gehst und das zwischendurch aktualisierst. Hm. Und ich weiß auch nicht, wie krass aktualisiert die Karten werden. Also bei TomTom, ihr wisst das selber. Das ist halt Marktführer weltweit quasi. Oder einer der ganz großen Platzhirsche, sagen wir es mal so. Und die haben das halt einfach drauf. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Dafür hat es schon andere Schoten gerissen und schon in Straßen reingeführt, wo ich gedacht habe, oh, hätte es mal besser nicht gemacht. Ja. Ähm. Nobody ist fehlerfrei. Also das ist halt einfach so. Aber naja. Göteborg ist halt eine Industriestadt. Muss man ganz klar so sagen. Industrie- und Hafenstadt. Göteborg ist nicht unbedingt die schönste Stadt Schwedens. Sie hat sehr schöne Gegenden. Die Altstadt ist wirklich schön. Müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist in Stockholms Altstadt ja genauso. Aber Schweden ist halt schon so aufgebaut, dass dort wo Städte entstehen, da ist halt auch die große Industrie. So wie jetzt hier. Renova. Na? Weil an den Städten sind die Arbeiter. Und nicht auf dem Land. Das ist ja ein bisschen anders verteilt, als bei uns in Deutschland. Na klar haben wir in Deutschland, wir haben auch unsere Ballungszentren, unsere Industriezentren. Ganz klar. Aber wir haben davon ganz ganz viele. Und hier in Schweden sind die großen Industrien wirklich an den Städten. Und selbst die kleineren Städte mit nur 10-15.000 Einwohnern. Selbst die existieren quasi nur, weil da Holzindustrie oder Stahl oder sonst irgendwas ist. Ja? Also Schwerindustrie können die hier noch. Gerade was Holz anbelangt, Stahl so oder so. Warum schleicht der denn da auf der Mittelspur rum? Das ist schon ärgerlich, oder? Was Ära macht. Junge, 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 Junge. Du musst nicht so schleichen hier. Gut, wir machen was anders. Dann halt so, da muss ich halt einmal schnell auf Vollgas und dran vorbei. Wenn er hier die Spur über 10 Kilometer blockieren will mit seinen 77 kmh, dann kann er das gerne machen. Aber please, not with me. So, jetzt gehe ich wieder vom Gas runter. Und bei 84 denke ich mal, werde ich den Tempomaten einschalten. Genau. Seht mal an, was wir da jetzt zum Abstand so aufgebaut haben. Gut, Freunde. Was ich schon sehe ist, dass auf jeden Fall der Akku mal wieder eine Füllung braucht. Das heißt, ihr müsst mal wieder ein bisschen Saft haben. Dann macht ihr jetzt eine Saftpause. Und dann sehen wir uns gleich. Spätestens beim Kunden wieder. Okay. Ringehauen. So, Leute. Also, wir sind jetzt fast beim Kunden. Er ist 8.47 Uhr. Wir haben jetzt noch 1,9 Kilometer zu fahren. Ich wollte eigentlich irgendwo zwischendurch stehen bleiben und da Pause machen. Das Ding ist aber, ich hatte so einen Flow und gute Musik im Radio. Also, alle für euch, die auf Rock stehen, schaut doch unbedingt auch mal bei Spotify und Co. Also überall, wo man Musik streamen kann, rein und sucht da mal German Truck Driver. Der Kai hat mittlerweile echt ein paar richtig geile Songs im Angebot. Mein absoluter Favorite Seite an Seite und ich gefolgt davon, das ist ein brandneuer Fuhrmannseid. Das sind Rock-Songs mit Texten, die uns aus der Seele sprechen, uns Fahrern. Also vielen von uns Fahrern auf jeden Fall. Mir auf jeden Fall. Und dafür bin ich ihm auch echt dankbar. Denn ja, Musik für LKW-Fahrer, das hat lange Zeit so ein bisschen gefehlt. Natürlich hat man diese Country-Geschichte hier. Tom Astor und Co. Aber ey, das Zeug ist 40, 50 Jahre alt und es ist längst nicht mehr zeitgemäß. Und glaubt man nicht, dass hier jeder Fahrer irgendwie auf Country Music steht. Ganz im Gegenteil. Wir sind da deutlich zeitgemäßer unterwegs. Deutlich zeitgemäßer. Also ich stehe total auf Rockmusik. Wer mich kennt, weiß das. Und ja, meinen Nerv hat er damit voll getroffen. Also schaut mal unbedingt bei ihm rein. Ihr kennt ihn so oder so alle, oder? German Truck Driver. Also wenn ihr ihn nicht kennt, dann läuft es so oder so irgendwas so ein bisschen falsch. Ja. Schaut unbedingt mal bei ihm rein. Geiles, geiles, geiles Lied. Ich kann es euch leider jetzt hier nicht mit reinbringen, weil dann würde mir sofort meine Monetarisierung gesperrt für dieses Video. Und wenn wir den Kanal voranbringen wollen, dann brauche ich diese paar Cents halt auch. Das ist einfach so. Aber mega geiles Lied. Mega geil. Und wenn es mich der Affe beißt, dann kommen die Lieder auch noch mit rein in das Video. Einfach nur, weil ich es so cool finde. Oder ich mache irgendwie ein eigenes Musikvideo oder sowas dazu. Ey, das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Ich muss ihn mal fragen, was er dazu sagt. Dann könnte er sich die Einnahmen auf jeden Fall nehmen. Das wäre mir dann egal. Wenn wir dann halt nur ein kurzes Video mit meinem LKW und seinem Song. Fände ich eigentlich eine starke Idee. So. Jetzt müssen wir nochmal eins rechts rüber. Weil wir wollen hier ins Zentrum. Ja, ihr werdet diesen Kunden wahrscheinlich schon kennen. Das ist ein Elon Shop. Wie gesagt, um 10 Uhr macht er auf. Jetzt haben wir wieder über eine Stunde Pause. Aber naja, es gibt Schlimmeres, oder? Genau, im nächsten Kreise fahren wir links. Und dann sind wir faktisch schon da. Ja. Heerlich. So, da ist der Elon Shop. So, da ist der Elon Shop. So, da ist der Elon Shop. Ja, ich liebe auch diesen Motor Sound. Na ja, ich liebe auch diesen Motor Sound. Wenn ich sowas sehe, da hat irgendein Fahrer, ich weiß nicht von welcher Spedition oder was auch immer oder von welchem Hersteller, Sachen einfach nur für die Tür gestern offensichtlich gestellt und die sind umgefallen, durch die Gegend geflogen, nass geworden. Sieht sehr nach Küchenteilen aus, ist aber kein Nobile, das kann ich schon mal verraten. So, da steht es, 10 bis 18 Uhr. Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hätte ich euch fast vergessen anzumachen. Ich fahre gerade weg hier. Es ist jetzt 20 nach 10. Wir haben schon ein bisschen eher angefangen mit abladen. Und wir sind jetzt unterwegs nach Gästrop und das sind 80 Kilometer zu fahren. Wir kommen eine halbe Stunde zu früh an, dass es nicht schwimmen, denn auch das ist ein Elon-Shop. Und dann haben wir nur noch einen Kunden und das ist Gaietos in Norwegen. Das heißt dann heute noch verzollen. Wobei ich hoffe, dass ich euch das auch möglichst nahe zeigen kann. Denn Grenzübergänge, das sind nicht so die Orte, an denen man mit einer offenen Kamera durch die Gegend laufen sollte. Ihr wisst, was ich meine. Ohne Drehgenehmigung wird es da schnell schwierig. Ja, so viel ist auf dem Trailer auch gar nicht mehr drauf. Lass mich mal gucken hier. Wir haben noch 4 Kubik für den jetzt, für Gästrop. Und dann 26 Uhr morgen, Gaietos. Kriegen wir hin, oder? Ich sehe aber, wir müssen Spur wechseln. Wir müssen einen nach links. Da kommt allerdings jetzt gerade hier ein Bulli. Der lassen wir natürlich noch vorbei, weil wir müssen... Boah, das ist beide Richtungen. Wir müssen nicht nach Bors, sondern links weg. Ich fahre einfach mal einen links rüber. Weil wir nachher doch nur gerade... Weil wir müssen nicht geradeaus, wir müssen dann links weg. Und ähm, schauen wir mal. Das finde ich so cool, dass das aus dem Augenwinkel diesen visuellen Effekt gibt. Ich habe das ja schon ganz oft erwähnt. Und ich bin so ein Typ, ich mag das nicht, wenn mich diese Trulla-Stimme... Ne, also das hat nichts mit der Frau zu tun, wie sie diese Stimme spricht. Aber ich mag diese elektronische Stimme überhaupt nicht. Ich kann die nicht leiden. Egal welche, ob männlich, weiblich. Ich kann es einfach nicht leiden. Ich will mir nichts erzählen lassen von den elektronischen Geräten. Versteht ihr? Das ist alles. Jetzt ziehen wir mal hier auf die linke Spur, weil rechts ja schon voll ist. Und jetzt geht's weiter. Wenn das Wetter nicht so mies wäre, ne, dann hätte ich ja schon längst die Drohne mal ausgepackt. Zeit genug ist. Das ist eine der wenigen Touren, wo es wirklich kein... Aber wirklich gar kein Zeitproblem gibt. So jetzt... Aber wie gesagt, 77 Kilometer noch zu fahren. Das werde ich auch mal gerade machen. Landschaftlich irgendwas zu filmen ist im Augenblick echt schwierig, wenn es die ganze Zeit regnet. Aber wir schauen mal, was wir noch hinkriegen. Ich sag erstmal, bis gleich, ja? Tschööö mit Öl und Schraub mit V so Freunde wir haben jetzt noch viereinhalb Kilometer zu fahren bis zu unserem letzten Schwedenkunden 11.35 ist dort Ankunft aktuell ist es 11.29 ja so schaut es aus Ach, herrlich. Also ich habe euch ja schon gesagt, das ist auch ein Elonshop und da gehen nochmal vier Kubikmeter runter, also nichts Wildes. Was echt übel ist, es gab nur einen Rasthof und da bin ich dran vorbeigefahren, weil die Ausfahrt ein bisschen schlecht beschildert war. Und ich wäre gerne nochmal auf den Rasthof gefahren. Also hier wird Golf gespielt im großen Stil. Okidoki. Aber wenn ich das richtig gesehen habe auf dem Satellitenbild, ist direkt neben dem Kunden nochmal ein Rasthof. Denn auch LKW-Fahrer müssen zwischendurch irgendwann mal auf Toilette. Das ist halt einfach so. Ja, man merkt, dass der Herbst kommt. Die Farben ändern sich schon ganz deutlich. Der Herbst ist hier in Schweden auf jeden Fall wunderschön. Alleine schon, weil es hier so viel Wald gibt, kommt das Ganze doch deutlich mehr zum Tragen. Ach ja. So, wir sind noch 1,5 Kilometer geradeaus und dann links und dann 1,8 sind wir da. Und da kommt auch das Schild für den Rasthof. 1 Kilometer. Ein Raster sogar. Dann werde ich mich erstmal da drauf stellen und danach zum Kunden fahren. Mal gucken, nur dass ich nicht dran vorbeifahre. Ich weiß gar nicht, warum er meckert, weil wir sind gar nicht an der Linie dran. Guck, da ist der Elon. Da ist der Raster. Hundertprozentig. So, Moki, dat. So, Moki, dat. Wie gesagt, da vorne müssen wir gleich abladen, irgendwo. Aber ich geh erstmal da rein. Bis gleich. So, Freunde. Ich musste gerade ein bisschen Umleitung fahren, weil die Fernschnellstraße hier erneuert wird. Aber das geht wie in Schweden immer super cool. Ihr habt überall hier diese weißen Schilder. Selbst ihr braucht gar keine Umleitungsschilder. Ihr könnt euch immer nach den weißen Schildern rechnen, sobald ihr... Solange ihr nur wisst, in welche Himmelsrichtung ihr wollt. So. Und jetzt... Jetzt auf die Autobahn Richtung Oslo wieder drauf. Und dann fahren wir Svinesund über den Grenzübergang. Und müssen da noch schnell Zollangelegenheiten klären. Und... Ja, dann fahren wir nicht nach Gaitus, sondern das geht nach Drammen. Ins Zentrallager nach Drammen. Da werden die 20 Kubik, oder was das ist, oder 26 Kubik dann morgen auf Palette entladen von mir. Aber das kriegen wir hin. Da hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir werden ankommen, so gegen... Ja, 18 Uhr circa. Wenn man Pause mit einrechnet, das sind noch 210 Kilometer. Ich kann jetzt noch dreieinhalb Stunden fahren. Bevor ich in eine Pause muss. Na ja, vielleicht schaffe ich es sogar ohne Pause. Ja. Kommt immer drauf, ein bisschen alt, als es noch so läuft. Schön. Ja, auf Norwegen freue ich mich. Norwegen ist deutlich weniger geworden. Denn es wird im Augenblick hier so ein bisschen umstrukturiert. In Norwegen. Ich werde da nicht ganz ins Detail gehen, weil... Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel Detailarbeit. Ich weiß auch nicht, ob inwiefern ich dann dem Hersteller vorgreifen würde. Aber wie gesagt, es wird umstrukturiert und für uns gibt es deutlich weniger zu tun in Norwegen. Deswegen ist das schon eine Ausnahme, dass wir jetzt nach Drammen fahren. So viel also erstmal dazu. Ja, herrlich. Was soll man sagen, ne? An sich ist das ja alles recht schön hier. Auch wenn das Wetter nicht so toll ist. Aber hey, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Seht ihr das, wie der Wald sich verfärbt? Awesome is incoming. Der Herbst ist da. Hier in Skandinavien. Skandinavien ist, was das anbelangt. Ein bisschen schneller als Mitteleuropa. Dafür ist der Herbst hier mit eine der schönsten Jahreszeiten. Neben dem Frühling, der natürlich total toll ist. Auch wenn der Frühling in Schweden recht kurz ist. Aber wenn mich jetzt einer persönlich fragen würde. Skandinavien, welche Jahreszeit? Mittlerweile würde ich fast sagen, Herbst. Einfach nur wegen dem Farbspiel. Und ja. Weil es halt einfach alles zusammenpasst. Ist schon cool, oder? Ich habe übrigens eine andere Kamera noch laufen. Die können wir ja mal ausmachen. Herrlich. Und ich kann es euch immer wieder so sagen. Schweden ist natürlich das Land der Felsen. Geformt von der letzten großen Eiszeit. Und mein Gott. Was muss das eine Kraft gehabt haben. Das Eis. Ihr seht es gerade. Jetzt fällt er gerade so ein bisschen ab. Auf 79. Geht ein bisschen bergauf. Das Auto ist halt im Eco-Modus unterwegs. Und das ist auch gut so. Und es ist auch gut so, dass wir endlich aus der Stadt raus sind. Das Einzige, was ihm nicht so gut gefällt, ist, wenn man unter 85 fährt. Denn wir sind unter 1000 Umdrehungen unterwegs. Und ich habe einfach das Gefühl, und ich sehe es auch in der Anzeige, dass er mehr Sprit verbraucht, also mehr Diesel, als bei 85 oder 90. Ja, das klingt komisch. Das liegt aber daran, dass der Motor, wie soll ich das sagen. Wie gesagt, er ist darauf ausgelegt, dass so um die 1000 Umdrehungen so seine optimale Arbeitsumdrehung ist. Und wenn er unten drunter liegt, dann nimmt er irgendwie ein bisschen mehr. Ja, korrigiert mich bitte, wenn ihr da bessere Infos zu habt. Und ich will auch natürlich nichts Falsches sagen. Das ist immer so mein Eindruck. Ich sabbel nur das, was sich mir so aufdrängt. Und das drängt sich mir halt ganz deutlich so auf. Guck da. Oder Felsen, Felsen, Felsen. Ah, ich liebe das. Wie saftig grün hier auch noch alles drüber kommt, ne? Die ganzen Wiesen und so. Mh. Schön, ey. Kann man sich mal geben, oder? Tja. Herrlich. Autobahn ist natürlich hier längst nicht so glatt wie in anderen Ländern. Also, naja, sind schon ganz schöne Wellen drin. Ist aber nicht schlimm, denn hier ist ja auch Höchstgeschwindigkeit 110 mit dem Pkw. Mit 200 würdest du hier nicht drüber fahren wollen. Das kann ich euch garantieren. Da lag irgendwas auf der Straße. Ich weiß nicht, was das war. Hm. So, Leute. Ich fahre noch eine Runde und wir sehen uns dann kurz vorm Grenzübergang wieder, ne? Okay. Ringjau. Herrlich. So, Freunde. Wir nähern uns jetzt. Der Grenze ist wie eine Sund. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Und ich weiß nicht, warum das Navi runter will. Das kann ich gerade irgendwie nicht nachvollziehen. Weil er meint, es wäre schneller. Aber wir müssen ja auf den Grenz posten. Müssen wir ja. Ah, herrlich. Ja, der Regen hat jetzt mal gerade ein bisschen aufgehört. Ihr seht ja jetzt aus dem Augenwinkel. Das Navi will, dass wir jetzt rechts fahren. Er sagt aber auch, fünf Minuten schneller, wenn wir draufbleiben. Ja, komisch. Ja, bleiben wir einfach drauf. Machen wir es so oder so. Weil wie gesagt, ich muss ja eh an die Grenze. Ach, herrlich. Swine ist auf jeden Fall Schwein. So, da kommt auch schon die Grenze in Sicht, oder? Lkw ist rechte Spur. Rechts gesperrt. Da ist der schwedische Grenzposten, ne? Ja, genau. Unser ist ja, kommt ja gleich. Genau, 2,5 Kilometer. Kommt die Zolldeklarierung. Jetzt fahren wir über die Swinesundbrücke. Über einen Fjord drüber. Machen wir auch schön ruhig, ne? Wir müssen ja eh gleich runter. Da unten ins Wasser. So. Norge. Norwegen. Einmal daran zu erkennen, dass gelbe Farbe auf der Straße ist. Und die Schilder haben auch ein bisschen eine andere Farbe. Außerhalb geschlossener 80 und innerhalb geschlossener 50. Und wir müssen natürlich zum Zoll, also nach rechts. Sprechen. So. 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 So dann kann ich mir gleich meine Zollpapiere schnappen und dann rein zum Zoll meine Stempel abholen, damit wir dann im Anschluss auch direkt über die Grenze fahren dürfen. Hier ist Ruckel. Was sich geändert hat ist, wir müssen nicht mehr zur KGH, zur Spedition KGH, sondern wir können direkt zum Zoll rein, da sind die vorausgefertigten Papiere liegen da nämlich schon wohl bereit, so dass wir dann unsere Stempel direkt bekommen können, um weiterzufahren. So, da ist der Zoll drin, fangen wir mal hier ein, genau, da müssen wir gleich nämlich da rein. Wunderbar. Okay, gut Leute, bis später. So Leute, das war's schon und wir haben gestanden sechs Minuten, können jetzt aber auch wieder los und das ist gut so. jetzt lassen wir ihn noch gerade einsteigen hier. jetzt dürfen wir auch rüber, über die Grenze. jetzt haben wir jetzt noch kurz vor 15 Uhr noch zwei Stunden 26 Fahrzeit haben, kommen wir sogar ohne Pause da an. optimal. das ging wirklich zackig, zack, zack, zackig. richtig gut. also ich würde mal sagen, wir haben die, die Zollzeit, also die Zeit, die man beim Zoll veranschlagen muss, die hat sich durch das neue System mehr als halbiert. so, jetzt fahren wir gleich nochmal über die Waage, wo dann eigentlich auch angezeigt wird, wie schwer wir sind. so. 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 nicht sehr aussagekräftig. da müsste man schon deutlich langsamer drüber fahren. aber wie gesagt, das interessiert bei uns jetzt auch nicht so wirklich, weil wir auf keinen Fall irgendwie in die Übergewichtskategorie gehören könnten. auch nicht, was die Achslasten anbelangt. und jetzt, wo auf dem Trailer auch nur noch 20 Kubikmeter Küchen drauf sind. was soll denn da bitte Übergewicht haben, ne? das einzige hier im Lkw, was Übergewicht hat, ist der Fahrer. ja, ist der Bescheid. so. auf geht's in Oslo. wobei wir nicht durch Oslo fahren werden, wir werden durch den Oslo Fjordtunnel fahren. definitiv. so umgehen wir Oslo und kommen quasi direkt bei Drammen raus oder auf Drammen raus. das ist eine deutliche Zeitersparnis. wenn wir durch Oslo fahren, das ist über eine Stunde mehr. im Oslo Fjordtunnel macht es deutlich angenehmer. so. die Geschwindigkeit ist wieder eingestellt auf 85. man sieht es ja hier auch, Norwegen auch 110. ne? maximal. auf Autobahnen. ihr werdet hier auch kein 120 Schild sehen. das kann ich euch schon mal versprechen. also in... es ist ja auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ein Volvo kauft. oder ihr kennt jemanden, der ein Volvo hat. der wird euch erzählen, dass ein Volvo nur 160 fährt. oder 180. ich glaube bei 160 ist bei denen hier ein Schluss, ne? die sind abgeriegelt. weil die sich einfach sagen, warum sollen wir die Dinger, warum sollen die 250 kmh schnell fahren? es macht gar keinen Sinn. es ist umwelttechnisch Nonsens. es ist gefährdungstechnisch Nonsens. und wer mit dem Ding auf die Rennstrecke will, der soll das sich dementsprechend freischalten lassen. aber der wird das wohl kaum mit einem Volvo Kombi Familienkutschen Auto machen. und da man, abgesehen von Deutschland, nirgendswo schneller fahren darf als 140 kmh. warum sollen die Dinger schneller als 160 kmh fahren? ne? so ist zumindest die Denkart der Norweger. ich weiß, jetzt werden ganz viele... ja, beruhigt euch wieder. beruhigt euch. alles ist gut. alles ist gut. ich spreche niemandem hier schnelles Autobahnfahren ab. niemandem. mache ich es selber gerne. ja, alles gut. ja, auch ich bin schon 275 kmh und schneller gefahren. ja, Leute. das Messer könnt ihr gleich wieder zuklappen und in die Hosentasche reinpacken. alles bleibt beim Alten. hier ist alles wie es ist. ne? ich wollte niemandem irgendwie zu nahe treten. aber ich wollte halt einfach mal die Denkweise der Skandinavier ein bisschen näher bringen. die sich halt aus... aus vielerlei Gründen dazu entschieden haben. also im Sinne von Volvo. aus vielerlei Gründen dazu entschieden haben, die Autos abzuregeln. das ist in Japan übrigens genauso, ne? also in Japan fahren die Kisten alle nur 180. das ist die Höchstgeschwindigkeit da. ne? also die höchst zulässige Geschwindigkeit bei Autos. die darfst du nirgendwo fahren. auch in Japan darfst du nirgendwo 180 fahren. das wollen wir einfach mal so festlegen. und wenn für uns Deutsche 160, 170, 180 auf der Autobahn das normalste von der Welt ist, ist halt in den meisten anderen Ländern in Europa oder in allen anderen Ländern auf der Welt eben nicht so. ne? 140 ist glaube ich das höchste was sonst außerhalb von Deutschland erlaubt ist. und das ist bei den Franzosen, ne? wo darf man noch schneller fahren? ich weiß es gerade gar nicht. ich glaube 140 und dann ist Arsch ab. im wahrsten Sinne des Wortes. dann kommt da nichts mehr. genießt das alle noch Leute? irgendwann werden sie uns das wegnehmen. bin ich mir ziemlich sicher. irgendwann wirst du auch in Deutschland nicht mehr schneller fahren dürfen. ähm das Habeck und Co. die regeln das schon. seid mal sicher. und wenn sie das noch zwei Tage bevor sie endlich abgewählt sind noch durchboxen das kriegen die noch irgendwie hin. müssen wir uns leider mit abfinden. das wird nicht ewig so bleiben. ich weiß unsere Autolobby und Co. die haben uns das lange bewahrt. ob das Sinn macht oder nicht. kann jeder für sich selber entscheiden. wie gesagt ich bin auch schon deutlich schneller gefahren. und war froh dass es erlaubt war. und dass ich da nichts illegales gemacht habe. das macht das ganze aber nicht ungefährlicher. und auch wenn wir moderne Autos haben. und die sehr sehr viel sicherheitsgefühl vermitteln. und hin und her. Physik. die Physik bietet uns allen eine Grenze. und wenn wir uns mal alle gegenüber ehrlich sind. hätte ich schon deutlich entspannter mit 130 oder 140 auf der Autobahn zu fahren. als als zu versuchen immer get now zu fahren. also das schnellste was geht. da fahre ich wirklich deutlich entspannter. mit anderen Geschwindigkeiten. wenn ich heutzutage zum beispiel mit unserem Familienauto auf der Autobahn unterwegs bin. da ist der Tempomat. maximal 140 eingestellt. maximal. und das dann wenn sie frei ist. wenn wir zum beispiel zu Schwiegereltern fahren. nach Ostdeutschland. A2 bis Magdeburg. da bist du mal froh wenn du überhaupt mal 140 fahren kannst. da beißt die Maus ja keinen Faden ab. du kannst auf den meisten Autobahnen selbst wenn sie frei sind. stellenweise frei sind. weil die A2 ist längst nicht mehr überall unbegrenzt. kannst du nur auf den wenigsten stellen auch mal wirklich Gas geben. weil einfach der verkehr. die dichte des verkehrs. es überhaupt nicht mehr hergibt. und ich als lkw fahrer. kann einfach schlicht und einfach behaupten. dass es nichts gemütlicheres gibt. als mit 85 90 über die autobahn zu zuckeln. es ist das entspannteste ankommen ever. und das sage ich auch voller überzeugung. es ist das sicherste. es ist das sicherste. und man ist nicht langsamer. wie oft habe ich es schon erlebt. gerade so im urlauber Zeitraum. ne. ihr seid auf der Autobahn mit dem lkw unterwegs. und wie oft passiert es. dass ein ein und derselbe pkw immer wieder überholt. weil sie da mal zum pinkeln anhalten. weil sie da mal noch eine currywurst essen wollen. weil sie da noch mal zum pinkeln anhalten. dann muss auf einmal irgendjemand diese currywurst. wieder auf die schüssel zurückbringen. ihr wisst wie ich es meine. und dann überholt euch. in einer viereinhalb stunden schicht. ein und dasselbe auto. gefühlt fünf sechs mal. ohne scheiß. und dann kann mir auch keiner behaupten. dass die deutlich schneller sind. sind sie nicht. sie fahren punktuell schneller. aber im durchschnitt. haben sie kein plus. das ist einfach ein fakt. übrigens. tesla. das ist glaube ich schon der 20. tesla. der hat uns jetzt in norwegen überholt. wir müssten eigentlich mal so einen tesla counter einrichten. es ist übel wie viele elektroautos hier unterwegs sind. also nicht im sinne von negativ. sondern es ist einfach krass zu sehen. wie viele elektroautos hier schon unterwegs sind. und da braucht mir dann mittlerweile auch keiner mehr erzählen. hier das wird sich nicht durchsetzen. das ist eine frage der herangehensweise der einzelnen länder. punkt. da ist nichts mehr hinzuzufügen. das hat jedes land für sich selber in der hand. und ähm. gerade hier in norwegen. die haben natürlich temperaturgefälle. unglaublich. im sommer können die auch 30 grad haben. ja die haben aber auch im winter mal den minus 30 grad. das heißt die haben eine temperaturschere machen die auch von 60 grad. und wenn die hier mit dem elektroauto klarkommen. dann wird es schlussendlich jeder. ja. das ist doch auch. q4. keine ahnung. war das eine elektroschlüssel? ich weiß es nicht. da überholt es auf jeden fall eine elektroschlüssel. das ist nicht abwertend gemeint. das sieht sehr nach elektroauto aus. kia sol. oder sol. 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 ich habe es da zum eingang des videos schon mal gesagt. als ich nach schweden reingefahren bin. dass das halt echt eine symptomatik ist. die man sich geben kann. dass hier halt deutlich mehr. elektroautos unterwegs sind. der tesla. als. als im rest von europa. mg. id4. tesla. aber das ist jetzt alles hier nebenbei. und da. eniac. audi q irgendwas. auch ein elektroauto da vorne. viele davon kenne ich ja vom. vom markennamen gar nicht. aber man erkennt elektroautos ja relativ. gut. dass sie eine eigene formssprache haben. und kein kühler grill. tesla. ja da müssen müssen wir uns auch alle mal so ein bisschen. anfreunden. dass das halt. immer weniger werden wird. mit. verbrenner. ja. ich weiß. ich will. wie gesagt. ich will keine diskussion aufmachen. ähm. mach eh. ich will es einfach nur zeigen. wie es in anderen ländern läuft. ich habe ja hier auch kein. äh. ich bin ja hier nicht. wie einer von der letzten generation. der euch sein. sein. seine meinung ein. äh. einbläuen will. und sagt hier. so wie ich das denke. ist das richtig. wenn du das nicht machst. dann tötest du den planeten. nee. so bin ich nicht. wir sind individuen. wir dürfen selber entscheiden. wie wir unser leben leben wollen. der rahmen wird gegeben. durch gesetze. und durch gesellschaftliches zusammenleben. die regeln. die diese bestimmen. und fertig. und in diesem rahmen. darf jeder sein leben gestalten. wie er will. und wenn jemand verbrenner fahren will. gott. dann soll er es machen. mach ich doch auch. mach ich doch auch. ich habe ja damals. Tesla bestellt. das war genau. ähm. anderthalb. zwei monate. bevor der ukrainekrieg begonnen hat. dann kam der ukrainekrieg. und dann diese preisspirale. die sich seitdem gedreht hat. diese wahnsinnige preisspirale. ich habe es. ich hätte selber nie geglaubt. aber was abgeht. wie teuer das leben geworden ist. innerhalb von anderthalb jahren. satans ziele. beim einkaufen. mir kann keiner erzählen. dass er heute noch das gleiche ausgibt. beim einkaufen. für die woche. oder fürs wochenende. wie vor anderthalb jahren. das kann mir keiner sagen. also wer das jetzt mittlerweile. nicht im portemonnaie spürt. der verdient. deutlich über meiner gehalsklasse. ne. und deswegen habe ich ja damals auch gesagt. okay ich muss den Tesla canceln. und es ist auch gut. weil unsere familie nochmal nachwuchs. also zuwachs bekommt. und dadurch dass unsere familie wächst. wäre der Tesla jetzt auch zu klein. also nur mal Glück gehabt. ne. das sind alles so Sachen. die man auf irgendeine Art auch bedenken kann. und muss. was ich allerdings echt schade finde. und da werden mir viele auch zustimmen ist. dass. für den normalo. für den normalo. verdiener. keine ahnung. 2.000 euro netto. oder 2.500 euro netto. familien. gesamt netto. ist. ist. so ein. so ein elektroauto. egal von welcher marke. ja undenkbar. da sind wir ja noch. da sind wir so weit von weg. wie der mensch. vom leben auf dem mars. wenn man mal guckt. was kostet denn ein elektroauto. wo du eine familie reinpacken kannst. und noch ein bisschen urlaubs zeug. puh. da brauchen viele gar nicht nachgucken. weil das uninteressant ist. und bevor sich das nicht irgendwie geändert hat. ähm. da braucht man auch sich nicht wundern. dass dann. dass das nur relativ schleppend in deutschland vorangeht. wobei wir es auch in deutschland deutlich häufiger sehen. die elektrofahrzeuge. und ist auch gut so. und ich gönne das jedem der sich das leisten kann. von herzen. wirklich. aber seien wir mal ehrlich. 40.000. 40.000. 45.000 Euro. ist verdammt viel Geld. für normalos. ja. hier auch so ein. honda. elektro. tesla model y. über 100.000 Euro das auto. oder um die 100.000 Euro. unglaublich. was da für summen für aufgerufen werden. model s auf der gegenrichtung. auch so ein auto für 100.000 Euro. ja. mit. mit. mit genug patte in der tasche. und. äh. und. einer flexiblen altersvorsorge und co. und allem scheiß. keine ahnung. wenn du dir über nichts gedanken machen musst. was preise anbelangt. dann mag ein auto für 100.000 Euro für dich ja schwinglich sein. und dann kannst du dich freuen dass du die welt gerettet hast. da ist ein model 3. aktuell für. ich glaube. 42 999. ist jetzt aber schon facelift rausgekommen. und auch die model 3s. die fahren nur noch. 200 höchstgeschwindigkeit. die haben sie auch schon eingebremst. auch das long range modell fährt jetzt nur noch 201 km h. und ist dann abgeriegelt. hat glaube ich irgendwas mit den reifen zu tun. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. ja. das habe ich ganz viel erzählt über ein thema was ganz viele leute aufgeregt hat. und ich bin mir sicher dass das sehr sehr viele kommentare zur folge haben wird. wie gesagt ich möchte nur noch mal ergänzend anmerken. wenn ich darüber rede bedeutet das nicht dass sich irgendjemand zu irgendwas überreden will. oder irgendjemanden eine bessere meinung aufmischen will. ich rede ja einfach nur frei schnauze raus. so wie ich das auch mit jedem anderen mache der mir gegenüber steht. weil ich finde nichts schlimmer auf der welt als wenn ich überlegen muss darf ich das sagen oder darf ich das nicht sagen. klar solange ich niemanden verletze mit meinen worten darf ich das sagen. dessen bin ich einfach mal davon bin ich überzeugt. und es gibt auch sachen über die muss man auch mal sprechen. und wenn sie mir gerade den kopf fallen dann fallen sie mir auch aus dem mund. so bin ich als mensch. und ich finde wir alle sollten ein bisschen mehr so sein. wie gesagt ich finde das schlimm wenn man darüber überlegen muss darf ich das jetzt so sagen. ja warum nicht? ist das witzig? ja das darf witzig sein. wenn du das lustig findest dann darfst du das auch sagen. darf man doch Indianer sagen? oh mein gott ja weil es allgemeiner sprachgebrauch ist. ich diskriminiere damit doch niemanden. ich habe letztens noch eine coole erklärung von einem schwarzen gesehen. also einen menschen, einen sehr stark pigmentierten menschen. ein schwarzer. der von sich selber auch sagt er ist schwarz. er findet es lächerlich dass man ihn als farbig bezeichnet. denn wer ist denn wohl farbig? farbig sind doch wohl eher so wir mit der weißen haut. wir sind farbig. er ist schwarz. wenn wir uns genieren werden wir rot. kann er nicht. ist uns übel wird uns grün und blau. kann er nicht. er ist schwarz. wir sind bunt. finde ich voll lustig. also wir sind die farbigen. oder? schon mal von der seite aus gesehen. finde ich richtig cool. diese art von humor. und die darf man auch haben. herrlich. so leute. ich fahre noch eine runde. und melde mich dann. kurz vorm. oslofjordtunnel zurück bei euch. alles klar. perfekt. bis denne. so freunde. herzlich willkommen zurück. also ich habe die autobahn richtung oslo schon verlassen. und wir befinden uns jetzt auf dem weg zum oslofjordtunnel. der name ist schon selbsterklärend. das ist ein tunnel der unter dem oslofjord durchführt. man könnte genauso gut mit der fähre fahren. von horten nach moss und umgekehrt. ich benutze aber diesen tunnel. und das sogar sehr gerne. das einzige was ich machen muss. ich muss vorm tunnel noch mal kurz irgendwo anhalten. denn mein mautgerät ist runtergefallen von der scheibe. und wir wollen ja auf jeden fall, dass das da hängt. wo es sein muss. es gibt für für norwegen gibt es so kleine geräte. so kleine telepasse. die kann man sich halt holen. registrieren. und dann an der scheibe. und dann kriegt die firma eine rechnung. und bezahlt die baut. so. so. jetzt müssen wir geradeaus. um in den tunnel hinein zu kommen. hier ist 40 und das aus gutem grund. ihr werdet das gleich sehen. ich werde jetzt einmal kurz hier rechts anhalten. da ist zwar ein parkverbot. aber das heißt ja nicht, dass hier halteverbot ist. ne. ich will nur mal kurz anhalten. um mein gerät vorne dran zu packen. so. wir sind jetzt mit absicht auch auf der kamera. damit. damit ich ganz entspannter durchfahren kann. so. gerät ist wieder an der scheibe. und weiter geht's. jetzt müssen wir noch ein paar autos durchlassen. und da vorne kommen echt hammerharte huckel. ich glaube er lässt es raus. das ist gut. vielen dank. jetzt kommen hier diese huckel. und wenn man hier schneller als mit 40 drüber fährt. dann ist das auch nicht schön. boah. ihr seht es da vorne schon auf dem schild. sieben prozent. gefälle. auf drei kilometer. auf drei kilometer. 70 km h höchstgeschwindigkeit. und im gefälle ist der tunnel einspurig. das wechselt. sobald wir in die steigung kommen. so. ich lasse jetzt das auto. im retarder runterfahren. der tunnel ist auch ein bisschen was länger. ich werde nachher mal recherchieren, wie lang und so. das machen wir dann alles mit der kamera, wenn wir in drammen stehen. jetzt noch sechs kilometer. stand da glaube ich. fahren jetzt schön mit abstand hinterher. la gerta macht das schon. und sieben prozent ist halt nicht wenig. warum hier allerdings immer wieder gebremst wird. ich kann es euch nicht sagen. aber es ist so. und wir sind immer noch im gefälle. wie gesagt technische daten von diesem tunnel. wie lang, wie tief er runter geht und so. das suche ich euch alles nachher raus. blitzer. aber da wir ja hier nur mit 63, 64 unterwegs sind. aktuell ist das alles okay. so jetzt sind wir glaube ich unten an der sohle angekommen. wir sind auch definitiv gerade unter wasser. wir sind auch definitiv gerade unter wasser. jetzt wechselt das. ihr seht es. jetzt wird es zweispurig. für uns. das bedeutet wir kommen jetzt gleich in die steigung. 3,2 kilometer überholverbot. und immer noch Tempolimit 70. und das ist gut so. das ist ordentlich steigung. jetzt hat es nochmal runter geschalten. jetzt sind wir im zehnten gang unterwegs. von zwölf die wir haben. bei knapp 1200 umdrehungen. ja man merkt es geht bergauf. ich kriege kopfschmerzen. da ist deutlich schneller wie 70 unterwegs. auch der der uns jetzt überholt ist deutlich schneller wie 70 unterwegs. denn wenn die sich an das Tempolimit halten würden, würden die mich gar nicht erst überholen. 86. für norwegische verhältnisse ist das schon ziemlich flott. weil wenn man überlegt was hier ein blitzer foto kostet. ei ei ei. ich hoffe er weiß bescheid was er da tut. und ich hoffe er weiß dass auf der strecke vor ihm keine blitzer sind. wie gesagt es ist Tempolimits gelten selten für alle. immer meistens nur für wenige. wenn auch 81. ja jetzt werden jetzt viele sagen okay aber 10 drüber ist doch ist doch voll okay. ja in deutschland passierte bei 10 drüber meist nicht ganz so viel. meistens kriegst du noch nicht mal einen brief. wenn sie dich mit 79 blitzen oder so. hier in norwegen geht das schon richtig in die täsch. oh der ist langsam unterwegs der lkw vor uns. richtig langsam. ich habe das gast schon lange raus. 27 km h. der ist schwer beladen. und wir fahren ihm jetzt einfach mal hinterher. bei 7 prozent steigung. da knicken manche lkws halt einfach ein. vor allem im beladenen zustand. wenn der jetzt seine 40 tonnen gesamtgewicht hat. dann wisst ihr bescheid. was die maschine vor uns gerade zu leisten hat. so jetzt sind wir raus. und sind jetzt schon auf der anderen seite vom oslo fjord. nur noch 32 km bis drammen. und auch hier haben wir wieder diese speed rams. und bitte unterschätzt sie nicht. die dinge haben es tierisch in sich. mir ist das auch schon mal passiert. muss ich ehrlich sagen. ich bin hier rausgekommen aus dem tunnel. hatte meine 70 drauf. und bin dann mit 60 an so ein Huckel dran. oh, alter Falter. das gibt Wumms. das passiert euch einmal im leben. maximal. ich kann eh immer nur den rat geben. gerade wenn ihr im ausland unterwegs seid, leute. fahrt lieber zu langsam als zu schnell. egal ob in frankreich, schweiz, egal. norwegen, dänemark, fahrt lieber 2 zu wenig als 2 zu viel. weil es auch bei 2 km h kriegt ihr einen brief. in frankreich definitiv. ich habe in frankreich schon für 1 km h 10 euro bezahlt. ja, man mag jetzt sagen, okay, ja, 10 euro, hier ist ja jetzt nicht die welt. ich spreche von einem km h. das ist was, wo ich nicht mal sagen würde, dass das mit absicht passiert. und dann 10 euro. ha, das kann sich aber läppern, wenn man beruflich in frankreich viel unterwegs ist. da kommt ganz schnell ganz viel geld zusammen. ha, das wetter ändert sich auf. wir fahren auch noch die ganze zeit bergauf. sehr diesig draußen. werdet ihr jetzt gleich sehen. ach ja, 30 km noch bis Drammen. Niedre Alkewey. heißt die Straße, in die wir fahren. und dann parken wir direkt vor der Rampe. mit Blick aufs Wasser. es regnet nicht, das ist die Feuchtigkeit, die durch die Wolken hier kommt. denn das hier, das ist kein Hochnebel oder so, das sind Wolken tatsächlich. die Wolken hängen hier ganz oft richtig schön tief. so. herrlich. also wir haben wir noch, ich habe jetzt noch eine Stunde vier, bevor ich in die Pause gehen müsste. in die 45 Minuten, beziehungsweise 30 Minuten, weil ich vorhin schon mal an der Tanke stehen geblieben bin. da war ich auch auf Toilette und so. da habe ich 15 Minuten gestanden. das war vor dem letzten Elon Kunden. Wie gesagt, es ist nicht am Regnen. das ist einfach nur die Feuchtigkeit in der Luft, die sich jetzt auf der Scheibe schlägt. nein? 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 Tja, was gibt es zu Norwegen noch zu sagen? Puh. Ja, wie gesagt, ich habe es hier schon mal eingangs erwähnt, also die Lebenshaltungskosten hier in Norwegen, die sind enorm. Ich würde es vergleichen mit, ja fast Tankstellenniveau. Wenn ich es mit Deutschland vergleichen will, dann wohl eher mit dem deutschen Tankstellenniveau. Es gibt natürlich bestimmt auch ein paar Sachen, die hier günstiger zu haben sind, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber im Großen und Ganzen bezahlt man hier eher mehr als in Deutschland. So, jetzt sind wir noch 2,4 Kilometer bis zum Kreisverkehr. Es sind noch 26 Kilometer insgesamt. Und ich würde sagen, ich mache euch an, kurz bevor wir da beim Kunden ankommen. Okay? Schnuckis? So machen wir das, ne? Weil Wetter ist jetzt eh gerade mies. Und Scheibenwischer zugucken beim Bewegen, da hat ja auch keiner Lust dran. Dementsprechend sage ich einfach mal, bis gleich! Freunde, so, noch 9,8 Kilometer bis zu unserem Kunden, ne? Kriegen wir das hin? Ich denke schon. Norwegen ist halt einfach schön, ne? Da drüben Fjord. Wetter hättet ihr wahrscheinlich nicht richtig gut sehen können. So, 40 ist erlaubt, ich bin da mit 33 drüber. War schon nicht wo, ne? Was man auf jeden Fall festhalten muss, natürlich ist Norwegen voller Pizza. In Schweden gibt es auch schon relativ viele. In Norwegen noch mal mehr stationäre. Da kommt schon wieder die Meldung, dass da gleich ein Blitzer kommt. Aber natürlich fahre ich unter dem Tempolimit. Ich bin jetzt gerade mit 57 unterwegs. Auf Bayerlaub 60. Okidoki so. Ja, Feierabendverkehr, man merkt es, ne? War da ein XF? Ne, ist sogar ein XG. Ah, ja. Ich bin ja froh, dass wir wenigstens noch bei Tageslicht hier ankommen. Uh, da ist ordentlich Wasser drin. Felder füllen auch noch ordentlich Wasser. Es ist wohl ne Menge Regen untergekommen in der letzten Zeit. Und da kommt schon wieder der nächste Kreisverkehr. Nurm... Wegen... ... ... ... Das war's für heute. Und jetzt fahren wir nach links im Kreisverkehr, nach Dramm. Da haben wir dann nachher mal noch Kreisverkehr im Tunnel. Wo man in Europa auch eine Weile gucken kann, ob man sowas sieht. Hier sieht man es. Oh, der steht mit seinem LKW im Kreisverkehr und macht Blockade. Ja, man sieht, es ist Rush Hour. Und alle wollen nach Hause. Tesla, Tesla, Tesla. Dazwischen 20 andere Elektroautos. Tesla. Tesla. Wie gesagt, aber ganz viele ID.3, ID.4 Tesla. Einen Tesla-Account, da müssen wir echt mal einrichten, ey. Tesla. 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 Was die Marke sich entwickelt hat, du meine Güte. Tesla. Noch 5 Kilometer. Oh, krass, vom Zug überholt. Wer hat dem das denn erlaubt hier? Die heilige Leierta zu überholen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, hör mal. Ist aber auch gemein. Der musste nicht durch den Kreisverkehr. Schiebung. Hier in Dramm wird auch übel viel gebaut. So, im Kreisverkehr soll ich in 600 Metern rechts. Jetzt ist die Frage, ist das hier eine Busspur? Ich werde alle schön links bleiben. Ja, 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 doch. Keine Ahnung, auf jeden Fall geht die Spur wieder rüber. Ja, so häufig bin ich nicht hier. Ja. Wie ist es? So, da ist alles frei. Genau, das müsste ja der Tunnel sein, in dem der Kreisverkehr auch drin ist, ne? Also ziemlich zum Ende des Tunnels kommt der Kreisverkehr, aber der Kreisverkehr ist halt noch im Tunnel. Dort können auch nur die Skandinavier. Wenn ihr sonst irgendwo schon mal einen Kreisverkehr im Tunnel gesehen habt, dann sagt mir bitte unbedingt Bescheid. Schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich finde das ja immer sehr, sehr spannend, was alles möglich ist unter Tage zu machen. Es ist genau wie in Stockholm, wo ja auch die halbe Stadt quasi untertunnelt ist. Und ganze Autobahnen unter Tunnel laufen, mit Autobahnkreuzen und allem drum und dran. Es ist schon krass, was alles geht, ne? Wir müssen dann auch gleich hinter dem Tunnel, geht es dann einmal über den Fluss drüber. Und dann sind wir auch schon fast da. Aber gerade so im Tunnel, ne? Weil diese LED-Lichter an den Autos, die LED-Scheinwerfer, die können manchmal haben die schon ganz krasses Blendenpotenzial. Vor allem, wenn sie dreckig sind, ne? Also mich blendet quasi fast jedes Auto. Und ich bin da normalerweise nicht sehr empfindlich drauf. Oh, Krankenwagen oder was? Ja, die haben hier ein bisschen mehr Blau drauf als unsere. Jetzt geht das Tempo runter und da kommt der Kreisverkehr. Im Kreisverkehr müssen wir geradeaus. ins Zentrum. Oh, Tageslicht. I'll be back. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, genau. Wir müssen dann über die Brücke drüber. Ja, so viel weiß ich noch. Anabie ist auch wieder da. Der hat ja nämlich kurz im Tunnel aber so ein bisschen den Überblick verloren. Und jetzt an diesem Fluss hinten, da wo das Ganze grün ist, da werden wir jetzt hinfahren. Oh, das wird schon fast da. Boah, der führt aber auch gut Wasser, der Fluss aktuell. So, hier. Fahrradfahrer, Fußgänger. Jetzt ist alles fein. Jetzt hauen wir ins Gas wieder rein. Tesla. Ja, ich kann es einfach nicht lassen. Ich weiß, ich werde euch damit nerven. Asche auf mein Haupt. Tesla. Das ist echt lustig, wie diese Marke ein Stand erreicht hat. Dann muss ich hier rein? Ja. Das war's für heute. 17.03 Uhr, noch 32 Minuten Restfahrtzeit, das heißt, zum Einrangieren reicht meine Fahrzeit noch locker. Und hier sieht man schon einen der Gründe, warum wir nicht mehr sehr häufig nach Norwegen kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, noch ein bisschen Knick rausziehen. So, noch ein bisschen Knick rausziehen. Er macht aber auch Geräusche, der Auflieger, du. Meine Güte, wie das Leiden Christi. Meine Güte, wie das Leiden Christi. So Leute, jetzt gehen wir erstmal gemeinsam nach hinten und gucken, ob das so okay ist, bevor ich mich in den Feierabend abmelde. Motor machen wir natürlich aus. Sieht gut aus. So Freunde, ich werde jetzt natürlich mal gucken, dass ich gut dran stehe. Was heißt dran? So, dass ich morgen nur noch aufmachen und ein Stück zurückrollen brauche. Und zwar so, dass wir die Rampe getroffen haben. Das sieht aber gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wenn wir so, dann einfach den Auflieger runter lassen, morgen früh, vorher die Türen aufmachen, ran fahren, Rampe aufsetzen und dann geht das alles durch das Tor rein. Wir werden aber hier draußen auch Palette packen. Vielleicht kann ich euch das auch zeigen. Bin ich nicht hundertprozentig sicher, weil der Kollege, der früher hier war, der ist nicht mehr da. Sehr schade, war ein sehr, sehr netter Junge. Da oben die Kamera, die nichts aufnimmt. Und hier steht halt schon eine Bude. Und wir machen mal den ultimativen Test. Der ist leer. Da nicht leer. Das hört man beim Klopfen direkt raus. Halt. 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 Kaum. So. Ja, das passt gut. Alles klar. Feierabend. Einfach mal Feierabend. Wie gesagt, wir stehen hier schon wieder am Wasser. Das kann ich euch gerne aufzeigen. Das ist halt ein Industriegebiet. Direkt am Fluss. Ja, es werden manche von euch diese Situation hier wieder erkennen. Genau an der Rampe sind mir mal Sachen vom Auflieger geklaut worden, die ich dann später verstreut hier wiedergefunden habe. Kartons aufgerissen und gemerkt, da können wir gar nichts mit anfangen. So. Das kann man sich mal geben, ne? So, Freunde. Jetzt machen wir aber erstmal Feierabend. Genau. Ich wollte euch noch zeigen, was es mit dem Tunnel auf sich hat. Wo der liegt. Und was der kann. Und wie alt der ist und hin und her. Kriegen wir hin. Das machen wir mal schnell gemeinsam. Ach, herrlich. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht wunderschön, unsere La Gerta? Ist jedes Mal, wenn ich davor stehe, denke ich mir, alter Falter. Ja. Wenn du überlegst, was dein erster LKW war. Und der war auch schon cool. Und was du jetzt hier fahren darfst, das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist halt echt ein richtig schöner LKW. Tja. Ab in die Zugmaschine, ne? Schön ruhig stehen wir hier auch. Tja. Ich hoffe, das bleibt auch so. Bis gleich. So, ich habe euch gar nicht geweckt. Äh, ne? Hab noch länger geschlafen. Ja, ich wollte euch nicht stören. Habt ihr so schön geschnarcht. So, ich bin schon am Abladen. Die ersten beiden Küchen sind schon raus. So. Jetzt, äh, geht es weiter mit einer 3 Kubikküche. Palette habe ich mir schon bereit gelegt. Und los geht's. Ja, ich habe ein bisschen was zu tun hier. Ähm, denn da packt keiner mit an. Das bleibt quasi alles am Fahrrad. Was ja an sich auch nicht weiter schlimm ist. Denn das ist ja letztendlich auch mein Job. Seien wir mal ehrlich, wenn ich das nicht tun würde. Also wenn wir Fahrer das nicht tun müssten. Dann wäre unser Job so leicht, dass denn am Ende jede osteuropäische Spedition auch für einen Dumpinglohn fahren könnte. Da müssen wir halt einfach ehrlich sein. Aber solange wir gerade arbeiten und hochprofessionell dabei sind, bewahren wir diese Branche davor. Dem Dumping zu verfallen. Das ist kein Witz. Sondern das ist meine, meine ganz eigene Überzeugung. Kann man natürlich von mir halten, was man will. Aber wie gesagt, das ist halt meine Überzeugung. So. Jetzt baue ich natürlich die Paletten so auf Kundenwunsch, dass er sie problemlos auf andere LKWs verladen kann. Denn das hier ist ein Zentrallager für Küchen in Norwegen. Und dementsprechend gehen wir hier halt auch um. Das heißt, es muss fertig gemacht werden für den Weitertransport mit anderen LKWs und anderen Spediteuren. die uns quasi schon hier dann ersetzen. Natürlich auch aus Preisgründen. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich sage, es ist wichtig, dass wir diese Arbeit noch machen. Wenn wir es nicht machen, dann wären wir hier wahrscheinlich schon komplett raus. Nur so als Beispiel. Das ist halt einfach mal ganz ehrlich gesprochen. So aus dem Nähkästchen heraus. Das heißt also, ich muss hier gucken, dass auf den Paletten alles gut ist. Jetzt kommen auf die Seite nochmal Unterschränke. Keiner hat gesagt, dass unser Job einfach ist. Na? Da sind wir uns einig, oder? So. Oh Mann, ey. Komplett wieder gemixt die Stapel. Hier der oberste ist von der Küche und der mittlere ist von der Küche. Die anderen beiden nicht. Das heißt, man muss wieder den Stapel abbauen. Ob Sinn oder Unsinn, können wir uns streiten. Da können wir uns ganz ehrlich drüber streiten. Müssen wir aber nicht. So, da der mittlere, ne? Dieser hier, den brauche ich. Super. So. Das bedeutet, dass ich mir jetzt hier den Stapel quasi selber zusammenbaue. Und das zählt schon wieder zum Thema unnötige Arbeit. Und das macht so ein Arbeitstag auch lang. Wenn man anstatt ruhig hintereinander recharbeiten, die ganze Zeit umbauen muss. Und das ist das. Und das ist das. dann geht er halt oben drauf jetzt machen wir folgendes, jetzt stelle ich meinen Stahlkappenschuh drunter, kann mit der Karre runterfahren, winkel die Karre, nimm ihn schon weg und jetzt kann ich mir den Stapel ziehen und damit loslaufen. so ok und jetzt ja 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 also der akku hat auch nicht mehr so ganz viel power und ich vergessen habe zu laden gestern Deswegen seid mir nicht böse, wenn es gleich ausgeht, dann ist das halt so, ne? Tja, weiter geht's im Text. Kleinteile vorne an der Seite bereitstellen. Die Arbeitsplatte auch, gut, so geht es halt Stück für Stück voran. Das hat alles was mit körperlicher Arbeit zu tun und deswegen, wenn ich zwischendurch sage, dass ich ins Schwitze gekommen bin, dann ist das nicht nur, weil ich dick bin, sondern weil das halt einfach schweißtreibende Arbeit ist. Bei der man auch nur mit dem Kopf dabei sein muss, das ist ja nicht Fehler. Und Fehler braucht kein Mensch. Ist doch Bescheid. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen weiter arbeiten. Wie gesagt, der Akku ist eh so gut wie tot. Wir hören und sehen uns spätestens im LKW dann wieder. Ja, ich denke mal so macht das am meisten Sinn. Es ist 10 Uhr und um eins sollte ich hier spätestens weg, damit ich die Fähre kriege. Also Ringe hauen. Puh. Moin, 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 moin. So Leute, der Trailer ist leer. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Müll aufsammeln. Denn wir müssen hier sauber übergeben. Und dann geht's weiter nach Hause. Erstmal natürlich Richtung Hafen. Aber vorher muss ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, jetzt fängt es auch nur draußen an zu schütten, musste ich einem Kollegen helfen. Also einem anderen LKW-Fahrer. Aber das zeige ich euch. Was, wie, wann, wo. Zeige ich euch. Und zwar seht ihr es jetzt. Ja, ich habe abgesattelt. Damit ein anderer LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug daneben fahren konnte. Der hat sich sehr schwer getan hier mit Rangieren. Ich sage mal, ein geübter Fahrer hätte es auch so geschafft. Aber das ist halt so die Situation, die ich euch letztens schon mal erklärt habe. Aber längst nicht jeder LKW-Fahrer ist es gewohnt auf engstem Raum zu rangieren. Und dementsprechend habe ich unbürokratisch einfach mal schnell geholfen. Und jetzt holen wir Lagerta, das tiefe Tier, und satteln wieder auf. Herrlich. So. So, jetzt erstmal alles hoch hier. Okay. Ja, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Wen soll es wundern? Wen soll es wundern? Jetzt machen wir erstmal hier Lagerta an. Lassen sie hochpumpen. Und dann satteln wir direkt an. Mit dem Auflieger geht es dann weiter Richtung Malmöhafen, damit wir nach Hause kommen. Oh, herrlich. Also. Da vorne steht der Auflieger. Und da rangieren wir jetzt hin. Und satteln wir schnell gemeinsam auf. Das macht der Akku wohl noch mit. Genau. Okay. Erstmal hochpumpen lassen. Jetzt ist das Mautgerät wieder runtergefallen. Jetzt kümmere ich mich gleich drum, wenn ich angesattelt habe. So. Wichtig. Scheibe runter immer. Ich werde euch auch gleich sagen warum. Oder zeigen warum. Ihr werdet es hören. So. Immer erst leicht rollen, bevor man einschlägt. Die Lenkung. Nur im Notfall lenken im Stand. Denn das tut dem Fahrzeug nicht gut. So. Okay. Das war ein bisschen zu weit nach links. Jetzt machen wir folgendes. Ich zeige euch das sogar. Wir haben hier das Gerät. Hinterachse. Hochpumpen. Jetzt haben wir ein bisschen hochgepumpt. Jetzt fahren wir einfach nur. So. Er hat eingerastet, habt ihr gehört. vorne anziehen. Alles gut. Jetzt pumpen wir komplett hoch. Damit ich das Stützwerk leicht weg kurbeln kann. Draußen regnet es. Das heißt ihr bleibt im Auto. Ich mache euch gleich schon mal ins Ladegerät ran. Bis gleich. Okay, Freunde. Jetzt einmal bitte auf der Kamera. Ich habe gerade noch schnell ein frisches T-Shirt angezogen. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg runter nach Malmö. Und das Navi sagt aktuell 10 vor 8. Vielleicht wird es noch ein bisschen was runterrechnen. Das werden wir dann gleich sehen. Während der Fahrt. Genau. Also nochmal zu dem Kollegen, für den ich extra abgesattelt habe. Wie gesagt, der kam an und der war gleich ein bisschen vorsichtig halt. Er kam an und hat rumgefragt, wer zu dem LKW gehört. Natürlich war ich das, weil ich da hinten drauf rumgeturnt habe. Und hat dann gefragt, ob ich die Spiegel anklappen kann. Also die Kameras. Und da habe ich gesagt, weißt du was Großer? Wir machen es anders. Ich komme mit und ich gucke für dich. Dass du da reinkommst. So, dann habe ich in seinem ersten Ansatz gesehen. Okay, das ist kein Fahrer, der sowas alltäglich macht. Was nicht schlimm ist. Wirklich nicht. Ich will das nicht, nicht irgendwie kleinreden oder so. Dafür bin ich gar nicht der Typ. Ähm. Ich habe ihm dann aber sofort gesagt, Großer, wir machen jetzt folgendes. Das geht viel schneller, bevor wir hier ewig rum ochsen und ich am Ende in den LKW reinfahre. Ich sattel schnell meine Maschine ab. Kostet mich fünf Minuten und bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Und dementsprechend habe ich das einfach auch gemacht. Ähm. Ich will dafür keinen Orden haben oder so. Ganz im Gegenteil. Äh. Was ich, was ich nur möchte und deswegen spreche ich das auch an. Dass wir alle öfter mal überlegen, wie wir unbürokratisch schnell helfen können, auch wenn es uns gerade fünf Minuten kostet. Wenn wir das nämlich alle Mann gemeinsam machen, dann wird diese Welt ein ganzes Stück besser. Davon bin ich überzeugt. Okay, Leute. So. Ja, es sind 578 Kilometer bis in den Hafen. Jetzt saß ich erstmal hier die Frau rüber. Die hat sich schon gewundert, dass ich angehalten bin. Aber ey, das ist ein Zebrastreifen. Und hier hast du Vorfahrt. Vorrang. Wie auch immer. Oh, herrlich. Ja, die andere Kamera ist gerade am Ladegerät. Deswegen bitte nicht wundern. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. So. Jetzt fahren wir nochmal über den Fluss drüber. Und dann geht es wieder in den Tunnel rein, durch den Kreisverkehr geradeaus aus dem Tunnel raus und am Ende links. Ja. Und genau so machen wir das auch. So. Und jetzt fahren wir in den Tunnel rein. So. 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 Leute. Ich würde sagen, ich lasse die Kamera einfach mal ein bisschen mitlaufen, damit ihr wieder ein bisschen was von Norwegen seht, weil das haben wir ja leider wirklich nicht so häufig. Und sag dann einfach mal bis gleich. So. Leute. Wir fahren jetzt gerade auf die Grenze zu. So. Wir müssen jetzt quasi noch einmal über den Svenesundfjord. takt. Tja. Die Baustelle ist ja schon ewig. Also wirklich ewig. Okay. So, ich bin jetzt auch mal auf die andere Kamera rüber geswitcht, weil wir jetzt mitten hier auf der Brücke stehen, über den Zwinesundfjord. Ich stehe hier direkt neben dem Schild, Zwinesundbrunn 2005. Und da unten ist Wasser und da seht ihr den Fjord. Das sind mal Ausblicke, die man so nicht so schnell wiederbekommt. Und da unten ist das Wasser. Und da unten ist das Wasser. Und da unten ist das Wasser. Und da unten ist es so schnell wiederbekommt. Ja, die Brücke ist ganz schön hoch, ey. Und, Klaus Bärbel, was sagst du dazu? Gar nichts. Klaus Bärbel ist wieder stumm. Klaus Bärbel will gar nichts dazu sagen. Ja, die Brücke, hier wird drauf gebaut. Wie gesagt, also ich habe mit Höhen, ich habe keine Angst davor, aber ich würde hier auf keinen Fall arbeiten wollen, auf so einer Brücke. Da hätte ich ein bisschen Schiss vor. Äh, die Spur ist für LKWs verboten. Wieso fahren die da lang? Ach, egal. Egal. Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt unmittelbar vor der Grenze. Die ist nämlich direkt hinter Svindesund. Und, ähm. Wenn wir das hinter uns gebracht haben, sind wir wieder in Schweden. Das bedeutet natürlich aber auch, dass wir jetzt ganz offensichtlich hier im Stau stehen, weil der Zollhof voll ist. Na ja. Das ist doof. Aber was soll ich jetzt groß sagen? Ich warte jetzt einfach mal ab, was hier passiert. Mach euch später irgendwann nochmal an und dann erzähle ich euch im Nachgang, was genau hier los war. Okay? Dann bis später. Freunde, da bin ich wieder, so. Unsere Tour nähert sich so langsam an dem Ende. Beziehungsweise Ende Teil 1 oder Ende Light, je nachdem, wie man es nennen will. Ich werde das Video aber an der Stelle dann auch beenden. Sagen wir es mal so. Also, ich bin kurz vorm Hafen. Wir sind gerade schon in dem Industriegebiet, welches uns auf den Hafen zuführt. Das ist 20 Uhr 34. Also eine knappe halbe Stunde, bevor wirklich Schluss mit, mit Du darfst noch drauf ist. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass ich noch drauf komme auf die Fähre. Dass sie meinen Platz nicht weiter vergeben haben. Ja, es war eine komische Woche. Irgendwie mal anders. Schweden irgendwie mal anders. Oder Skandinavien irgendwie mal anders. So werde ich es, glaube ich, nennen. Es ist ein bisschen komisch. Aber naja, nächste Woche probieren wir das Ganze gleich nochmal aus. Nächste Woche fahren wir nach Schweden und zwar nach Nordschweden. Ja. Wir fahren nach Römeo. Das heißt, eine schöne lange Tour. Wir fangen in Stockholm an und haben in Stockholm einige Kunden. Wir haben auch wieder Uppsala drauf. Ihr kennt den Kunden in Uppsala. Und dementsprechend, ja. Mein Gott. Ich denke mal, das wird lustig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dass ihr auch ein bisschen was da mitnehmen konntet für euch aus diesem Video. Das hoffe ich auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gute Nacht oder was auch immer jetzt gerade bei euch ist, wenn ihr dieses Video beendet. Und hoffe, dass wir uns natürlich nächste Woche wiedersehen. Das würde mich auf jeden Fall persönlich sehr freuen. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Für die ganz, ganz vielen lieben Kommentare, die reingekommen waren. Das sind nämlich echt viele gewesen. Ich bin noch nicht wirklich groß zum Beantworten gekommen. Aber ich gelobe, das wird noch geschehen. Ich muss noch einiges nacharbeiten an Kommentaren, weil es momentan wirklich viel ist. Also pro Video kommen da mal locker 60, 70, 80 Kommentare zusammen. Und die mit dem Anspruch zu beantworten, den ich für mich selber daran stelle, ja, das braucht ein bisschen Zeit. Ich werde mich jetzt anmelden gehen und verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Drückt mir die Daumen, dass ich noch draufkomme, weil wenn nicht, dann hören wir auf jeden Fall nochmal voneinander. Das wäre nämlich extrem schade, aber naja, wie gesagt, da muss ich noch ein paar Anmeldungen. Und wir werden ja sehen, was es bringt. Na, wir werden es ja sehen. Okay. So, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Rinje hauen.